Wenn ich ein Handelsunternehmen machen würde, oder ich würde dann auf der Stelle vertreten, sozusagen die Gruppe der Warenhausbetreiber. Schlecker. Aber Rudolf Karstadt, übrigens ist ja ein Essener Konzern, aber das erste Haus in Wismar, in Mecklenburg-Vorpommern, war das erste Karstadt-Kaufhaus. Georg Wertheim, das erste Wertheim stand in Stralsund, 30 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Die haben es bei mir nicht geschafft. Diese Handelskritik, die jetzt bei Pipp da durchkommt, ihr habt beide eine Person hier auf eurer Liste, wo ich sage, das geht eigentlich nicht. Also, der Dieter Schwarz, den muss man da drauf haben. Jungs, seid ihr bereit? Ja, auf geht's. Auf geht's. Also, vielleicht Flo, sag nochmal ganz kurz zwei Sätze zu dir, weil du bist ja ein Neuer hier in der Runde und dann einmal, was haben wir uns ausgelehrt? Ja genau, normalerweise hört man ja meine Stimme nicht, aber erlebt mich vielleicht dann, du erlebst mich zumindest im Hintergrund. Ich kümmere mich ja in der Redaktion bei OMR um den OMR-Podcast, also um die Vorbereitung, Nachbereitung, alles drumherum. Also, der OMR-Podcast wäre ohne dich nicht das, was da ist, muss man ganz klar sagen. Ja, dankeschön. Und den Newsletter sieht man ab und an dein Gesicht. Genau, den Newsletter sieht man ab und an mein zwinkerndes Gesicht. Und wir haben natürlich wie immer, wenn wir nicht weiter wissen, unser digitales Großgehirn oder wirtschaftliches Großgehirn aus Ost-Vorpommern angezapft und eingeladen. Mal wieder vom Doppelgänger-Podcast, von verschiedensten anderen Podcasts bekannt. Und hier auch Stammgast Pip Glockner, also insofern auch mal um die Runde zu kompletieren. Ich freue mich sehr dabei zu sein und lerne bestimmt noch viel. Aber es soll ja generell, und es soll auch die Idee sein, jetzt nicht eine fertige Liste zu haben. Die ist ja eh, kann man ja nicht absolut setzen. Aber was zu lernen, ich glaube, das sagst du ja auch regelmäßig, warum machst du Podcasts, wenn man dabei selber was lernen kann. Und ich, gerade jetzt so ein bisschen über die Historie, habe ich selber gemerkt, krass, Sachen weiß ich gar nicht. Und ich hoffe, dass es vielen Hörerinnen und Hörern auch so geht, dass man jetzt die nächsten Minuten denkt, krass, interessant, hat Bock gemacht. Also, fangen wir mal an. Flo, du legst mal los mit der ersten Longlist, glaube ich. Wir hatten auch durch die Unterstützung von LinkedIn, von unseren Hörern, hatten wir eine Liste mit weit über 100 Namen. Und da war tatsächlich alles dabei. Also von A wie Albrecht bis Z wie Zuse, also der Erfinder des Computers. Und ja, wir hatten viele Familienunternehmen, wir hatten viele Handelsunternehmen, wir hatten viele Unternehmerinnen auch tatsächlich, manche auch Gründer, die jetzt erst in den letzten Jahren erfolgreich geworden sind und haben versucht, das ein bisschen einzugrenzen und uns auf eine Shortlist zu einigen. Und es ist total interessant, welche Namen am Ende nicht drauf sind. Also man hätte wahrscheinlich auch eine Liste ganz anders zusammensetzen können und wäre auch bei sehr vielen Namen genannt, wo man gedacht hätte, ja, stimmt, die sind's. Aber irgendwie muss man sich ja beschränken. Und eine Frage, die uns in der Vorbereitung auch total beschäftigt hat, war zum Beispiel, wie geht man damit um? Auf dieser Longlist stehen wahnsinnig viele große Namen, wahnsinnig viele erfolgreiche Unternehmer, die allerdings auch eine etwas dunkle Geschichte haben, in der Zeit des Nationalsozialismus natürlich, wo wir uns natürlich auch erstmal die Frage gestellt haben, wie gehen wir damit um? Ja, also sag doch mal ein paar Beispiele von Personen, wo wir dann dachten, eigentlich wahnsinnig Geschichte, aber kann man nicht so uneingeschränkt jetzt hier ranken? Ja, also zum Beispiel Robert Bosch, also Bosch kennt man ja heute noch als Riesenunternehmen, Adolf Dassler, den Gründer von Adidas, Herbert Quandt, der BMW gerettet und groß gemacht hat, Albert Reimann von Racket Bankieser, der Carl Gohn erfunden hat, also es sind ja wirklich Legenden der Gesellschaft. Sind alle dann irgendwie richtig als Nazis aktiv oder einfach nur in der Wehrmacht irgendwie gezwungenermaßen? Oder kann man das so pauschalisieren? Ja, am Ende gibt's ja von bis, würde ich mal sagen, aber es gab natürlich schon die glühenden Verfechter, es gab Hersteller, die jetzt ihre Fabriken zur Verfügung gestellt haben, um darin Waffen zu produzieren, es gab Hersteller oder Unternehmer, die in ihren Fabriken Zwangsarbeiter beschäftigt haben, also da war quasi alles dabei und es gab ja auch Extremfälle, wie jetzt beispielsweise Reinhard Mohn, der auch tatsächlich nach dem Krieg erstmal in Kriegsgefangenschaft gekommen ist, in die USA, dort auch ein Stück weit geläutert wurde und ja am Ende sozusagen da mit diesem Bild des Individualismus, der Freiheit auch nach Deutschland zurückgekommen ist und ganz anders dann weitergemacht hat, als er vielleicht in der Zeit des Nationalsozialismus unterwegs war. Also ich hab ihn auf meiner Liste drauf, ich erklär gleich warum, auf meiner Top-Ten-Liste. Gleichzeitig sage ich dann vielleicht hier, dass ich natürlich das nicht guttiere, den Teil seiner Vergangenheit, aber auch von einer Ergänzung, wir haben ja auch überlegt, eine Person auf die Liste aufzunehmen, der sehr bekannt geworden ist durch einen Film, auch deutscher Unternehmer, aber wenn man dann näher hinguckt, ist die Firma von dem Herrn Schindler recht klein gewesen. Allerdings ist ja natürlich eine Wahnsinnstat, sehr viele Menschen das Leben gerettet im Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit. Insofern, auch das hätte man natürlich sagen können, reicht vielleicht schon für eine Nominierung, aber wir wollen ja dann doch auf die wirtschaftlichen Sachen gucken und die anderen Sachen dann nicht bewerten, weil es einfach so schwer ist. Genau, tatsächlich. Und manchmal hatten wir auch auf der Longlist auch das Problem, dass wir da Unternehmernamen oder Namen von Menschen hatten, die wirtschaftlich wahnsinnig viel geleistet haben, aber wo sich am Ende für uns auch die Frage gestellt hat, ist das jetzt ein Unternehmer oder ist es eher ein Manager? Also zum Beispiel Uli Hoeneß, Bayern-Manager, jetzt Ehrenpräsident, hat natürlich eine Wurstfabrik parallel aufgebaut, also ist auch unternehmerisch tätig geworden und man kann natürlich auch sagen, in seiner Rolle als Manager hat er aus Bayern wahnsinnig viel gemacht, aber ist ja jetzt hauptberuflich unternehmer gewesen oder ist es eher doch ein Angestellter des Vereins gewesen? Das ist sicher anders als du. Das weißt du ja, ich habe jetzt hier auf meiner Liste noch einen Platz frei, ich wollte mir gleich eure Pitches anhören, aber dieser freie Platz, wenn ihr mich nicht überzeugt mit euren Ideen für eure Top-Ten-Liste, dann würde ich Uli Hoeneß unter anderem berufen, weil ich finde, ob jetzt ihm die Firma gehört oder nicht, er war die treibende Kraft, er hat aus einem irrelevanten Verein eine deutsche Weltmarke gemacht, die wahrscheinlich, wenn es jetzt eine Firma wäre oder wenn man so handeln könnte, wie jetzt Chelsea oder wie andere, vier, fünf Milliarden wert wäre, das ist auf der Liste immer noch klein, weil die meisten anderen, die wir gleich kennenlernen werden, noch wertvollere Firmen aufgebaut haben. Aber ich finde, es ist halt bis heute da, es hat eine wahnsinnige Signalwirkung, es ist weltweit in der Top-Liga dessen, also in dem Fall der Fußball, und es hat mich einfach mein ganzes Leben lang sehr begleitet. Insofern habe ich ihn nah an meiner Liste dran, sag es mal so. Und vielleicht gehen wir jetzt einfach gleich mal rein in die Listen und vor allem noch eine Bemerkung, ist ja auch immer interessant, du hast es gerade schon angesprochen, man muss ja auch immer überlegen, die unternehmerische Leistung, woran bemisst die sich? Bemisst sie sich nur am Vermögen, das man aufgebaut hat, oder bemisst sie sich an der Bedeutung, die man in einem Segment hatte? Also vielleicht ist ein Markt relativ klein, aber wenn du 100% des Marktes besitzt, hast du als Unternehmer wahnsinnig viel erbracht, wohingegen der Handel, also Lebensmittelhandel und sonst irgendwas, natürlich ein Riesenmarkt ist, wo du mit vergleichsweise kleinen Marktanteilen schon auf extrem hohe Milliardenbewertungen oder Milliardenvermögen kommen kannst. Das war natürlich auch ein Punkt, der bei unseren Diskussionen dann noch eine Rolle gespielt hat. Also wie groß ist am Ende der Markt, auf dem man als Unternehmer tätig war? Ja, aber Pip, erzähl mal vielleicht du am Anfang, wen hast du denn da, wo auf deiner Liste platziert? Also ich würde mal kurz erklären, welche Gedanken ich mir quasi, also was für mich ein Unternehmer ausmacht, ist einerseits ein Wagnis eingehen, das würde so ein bisschen Gegenmanager-Hypothese sprechen. Uli Hoeneß hat jetzt wahrscheinlich nicht viel gewagt. Der war innovativ, glaube ich, hat großartige Leute angestellt, aber das Wagnis war, glaube ich, nicht groß oder die Erfindung, die er dazu leisten müsste. Dann ist natürlich auch so ein bisschen was dabei rausgekommen ist, entweder im Sinne von Vermögen oder vielleicht auch Marken, die man aufgebaut hat, die weltweit bekannt waren, das gehört so ein bisschen dazu. Aber natürlich auch so ein bisschen die Rechtschaffenheit, was jetzt vielleicht auch eher gegen Uli Hoeneß sprechen würde. Also die einfachste Bürgerpflicht, finde ich, ist immer Steuernzahlen und genau, das sind so die Sachen, auf die ich ein bisschen geachtet habe. Und ich war mir relativ sicher, fang von eins oder von unten an. Das ist spannender als von unten. Vielleicht können wir noch einen kurzen Einschub machen. Ja, gerne. Denn einer unserer Hörer hatte ja, oder hatte bei LinkedIn ja eine andere Idee, wie man diese Liste ergründen könnte. Also eine wahnsinnige Idee. Ich sage mal kurz, wir müssen einfach hier Props geben. Genau, Jörg Herbst war das. Und der hat irgendwie die Idee gehabt, und das ist ja auch in der heutigen Zeit einfach naheliegend, Chat-GPT zu fragen, wer die Top 10 deutschen Unternehmer oder Unternehmerinnen auch sind. Und jetzt liest mal kurz einmal die Top 10-Liste vor, Flo. Genau, da können wir natürlich mal abgleichen, ob wir die ähnliche Bewertung hatten. Also auf Platz 1 hatte er Werner von Siemens, den Gründer von Siemens. Platz 2 Robert Bosch, den wir auch gerade schon mit der NS-Vergangenheit angesprochen hatten. Karl-Friedrich Benz, Adolf Dassler hatten wir auch gerade schon, Reinhard Mohn hatten wir auch schon, Theo und Karl Albrecht, die Aldi-Gründer, Dieter Schwarz, den Lidl-Gründer, Hasso Plattner und Dietmar Hopp, die SAP-Gründer, und auf Platz 10 Frank Thelen. So, Pipp, jetzt kommst du. Ja, also. Deckungsgleiche Liste? Bitte? Deckungsgleiche Liste? Mit Abstrichen. Also obenrum sieht es sehr ähnlich aus. Bei mir nach unten hin weicht es ein bisschen ab. Man sieht so ein bisschen die Unzulänglichkeiten, die AI noch hat. Aber was natürlich zeigt ist, dass das, woraus AI lernt, ist geschriebenes Wort Medien letztlich. Und also Frank Thelen hat auch so viel erreicht sicherlich. Aber, sondern vor allen Dingen ist er auch sozusagen Medienprofi und hat eine große Medienpräsenz. Und das kann eine AI dann glauben lassen, dass er ein Unternehmer ist. Also ich würde sagen, er hat Wagnisse eingegangen immer, war dabei erfolgreich, manchmal nicht erfolgreich. Aber das trifft schon die Unternehmer. Aber ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, allem Respekt vor Frank. Und das hast du jetzt ja so ein bisschen sehr moderat gesagt. Ist noch zu früh. Ist noch zu früh, ist noch zu früh für diese Liste. Und ich meine, da sind jetzt Benz und Dassler und das sind ja schon auch wirklich mittlerweile große Konzerne mit zehntausenden, noch mehr Mitarbeitern. Da sehe ich ihn jetzt zumindest noch nicht so ganz. Aber auf der Liste ist auf jeden Fall der mit den meisten LinkedIn-Followern. Gut. Also wie dem auch sei, das ist die JGBT-Liste. Und schon ein kleiner Spoiler. Also so weit weg von einigen Ideen, die wir auch gleich hier präsentieren werden, ist sie nicht. Also da gibt es schon noch Überlappungen. Also klar, die Nazi-Thematik ist da jetzt schlecht erfasst. Kann man sich eh auch drüber streiten, haben wir schon ein bisschen. Aber okay, das ist das. Wer möchte denn jetzt mal so die ersten von unten, wir fangen von unten an, würde ich sagen. Wer fängt mit seinem Platz 10 an? Ja, ich würde noch ganz kurz sagen, als Bemerkung zur Nazi-Thematik. Ich glaube, es ist einfach so, dass kaum ein deutsches Unternehmen, das über die Zeit existiert hat, kein Thema hat. Worauf man vielleicht so ein bisschen abstellen kann, ist, wie dann später damit umgegangen wurde. Und das ist tatsächlich so, wenn man in die Firmenchroniken sieht, dann steht da ganz oft nichts. Also Miele hat dann angeblich nur Fahrräder und Feldküchen gebaut. Aber dass sie auch so Torpedo-Antriebe gebaut haben, das wird dann weggelassen. Und angeblich hat jedes Unternehmen die Zwangsarbeiter besonders gut behandelt. Und das wird ja mehr und mehr auch von Historikern aufgearbeitet. Aber es fällt schon auf, dass die Unternehmen und die Familien dahinter da sehr unterschiedlich mit umgehen. Und ich glaube, daran kann man es auch so ein bisschen bemessen. Wo man sagt, da findet jemand sein eigenes Verhältnis zur Wahrheit oder arbeitet das auch richtig gut auf. Genau, wir können mal unten anfangen mit jemandem, der vielleicht gar nicht so bekannt ist und vor allen Dingen auch gar nicht mehr in Deutschland lebt. Deswegen vielleicht auch eher auf dem hinteren Platz ist Andreas von Bechtolsheim oder Andy Bechtolsheim. Der damals Sun Microsystems gegründet hat, zusammen mit VNode Kostler unter anderem, der jetzt ein großer VC ist. Und es war einer der ersten Softwarekonzerne. Sun stand für das Stanford University Network, glaube ich. Haben dann Computer gebaut später. War auch einer der ersten Investoren von Google. Hat 100.000 US-Dollar investiert, aus denen zum Börsengang schon 500 Millionen geworden sind. Heute wären es wahrscheinlich mehrere Milliarden, wenn er die weitergehalten hätte. Und ist auch jetzt wieder als Unternehmer aktiv. Hat den CEO-Posten von Arista Networks übernommen. Die stellen Switches für Datencenter her. Also auch eine Boom-Branche. Jedes Mal, wenn Facebook oder Google große Datenzentren bauen, ist da entweder Cisco, Juniper oder Arista-Technologie drin. Und da ist auch jetzt wieder Anteilseigner und CEO. Und ist wahrscheinlich in den USA einer der bekanntesten deutschen Unternehmer. Mit Peter Thiel, der deutschstämmig ist zumindest, würde ich denken. Und ihr habt den beide, ich frage das jetzt immer schon, ihr habt den beide auf Platz 10? Also du auch? Ja, ich habe tatsächlich auch. Also Vermögen von ihm wird ja irgendwie so laut Forbes auf 8 Milliarden Dollar ungefähr geschätzt. Aber das war für mich eigentlich gar nicht so entscheidend, warum ich ihn auf Platz 10 gesetzt habe. Sondern ich habe versucht bei meiner Liste so ein bisschen darauf zu gucken, welche Hebel haben die eigentlich umgelegt. Also was hat deren unternehmerisches Tun am Ende bewirkt? Also haben die wirklich einen Epochenumbruch geschafft, haben die irgendwie der neuen Technologie zum Durchbruch verholfen. Das fand ich im Zweifel dann relevanter als den Wert, den sie sozusagen als ein Vermögen aufgebaut haben. Und da fand ich, wie Pip das gerade gesagt hat, einmal diese Rolle mit Sun Microsystems, die ja wirklich schon so eines der Unternehmen in der damaligen Zeit waren. Und dann auch noch mit diesem Investment in Google und ja auch in Deutschland Marco Börries mit StarOffice unterstützt, also diesen Microsoft-Konkurrenten. Das fand ich schon, ja, das hat bei mir für Platz 10 gereicht tatsächlich. Okay, na gut, dann haben wir jetzt hier schon mal zwei Platze 10. Aber wir machen erstmal weiter mit Pips Platz 9. Ist bei mir Else Kröner, also die erste weibliche Nennung. Das ist die Gründerin von Fresenius, die damals eine Apotheke übernommen hat und daraus über lange Zeit ein Medizintechnikkonzern, würde man sagen, entwickelt hat. Also Fresenius ist heute, ich glaube, Marktführer für Dialysemaschinen, also so ein Blutwäschegeräte, wo Diabeteskranke sich so früher, später in der Regel heransetzen müssen regelmäßig. Stellt so Nahrungslösungen für Leute, die künstlich ernährt werden her, unter anderem oder verschiedene medizinische Lösungen. Perfusoren, das sind die Geräte, die automatisch Spritzen oder Flüssigkeiten zuführen über einen gewissen Zeitraum dem Körper. Er ist also immer einer der zwei Großen in diesen Märkten, entweder Marktführer oder Follower. Und ja, hat in kurzer Zeit, das finde ich auch noch wichtig bei der Unternehmerdefinition, wenn jemand jetzt über Generationen und viele Erbschaften da jetzt so mit mir und not vier, fünf Milliarden zusammengekratzt hat, ist das eine Sache. Aber ich glaube, das ist in Deutschland ja relativ selten, dass jemand in seiner Lebzeit noch so eine wirkliche Unternehmerin karriere macht. Und für diese Else Kröner, also auch da kurzer Spoiler, du hast die Flo auf Platz 7, ich habe sie sogar auf Platz 6. Ist ja auch als, ich glaube, Zimmermädchen bei der Fademie Fresenius angefangen. Und weil die dann keine Kinder hatten, haben die sie sozusagen dann beerbt. Und dann hat sie dieses kleine Unternehmen übernommen und dann wirklich den Start gesetzt zu einem Weltkonzern, der es heute ist. Ich glaube, was hat Fresenius heute für ein Market Cap? Es sind zwei Konzerne zwischen Fresenius und Fresenius Medical Care. Ich schätze so zusammen vielleicht 40, 50 Milliarden. Wir gucken es mal schnell nach. Jedenfalls ist das natürlich, finde ich, total wichtig. Und ich habe sie deswegen auch so hochgenommen, weil es ja ohnehin so wenige Frauen gibt. Diese Person ist aus meiner Sicht komplett underreported. Das ist genau das, weswegen wir diese Liste machen, weil es halt einfach, ja, Leute hören müssen von solchen Karrieren. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Lea Kramer oder Verena Poste wäre, würde ich jetzt ein Event gründen und den nicht irgendwie das Female Summit nennen. Sondern ich sage, das ist das Else Kröner Summit. Weil das ist so stellvertretend für das, was man sich ja wünscht und was irgendwie einfach Wahnsinn ist. Dass da in der damaligen Zeit eine Frau, also ich meine, das waren ja andere Zeiten, so eine Karriere machen kann. Also da wünsche ich mir jetzt irgendwie bei Fast & Curious von Verena und ihr eine Sonderfolge zu. Oder weiß ich, bei anderen, das muss man nochmal wirklich rausheben. Als Frau ist das ja schon wirklich krass. War mir auch nicht bekannt. Und ich hatte mal Fresenius Aktien sogar. So eine meiner ersten Aktien, die ich hatte damals. Aber war mir nicht bekannt, dass es eine weibliche Gründerin war. Ist jetzt, zusammen sind die Unternehmen so rund 30 Milliarden. Ja, einmal 12, einmal 15 Milliarden, glaube ich. Ja, ich finde es tatsächlich aber auch interessant. Oder auch, also ich habe es zumindest mir versucht, so ein bisschen zu Herzen zu nehmen bei der Berücksichtigung dann derjenigen auf meiner Liste. Das ist eigentlich unabhängig, also unwichtig war für mich, was die Unternehmen heute wert sind. Also für mich zählte wirklich so, wie viel Wert, und das war tatsächlich sehr schwer zu recherchieren oder praktisch oft gar nicht möglich. Also wie viel Wert wurde eigentlich in der unternehmerischen Phase derjenigen geschaffen, die wir auszeichnen. Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, okay, Siemens ist jetzt beispielsweise ein Riesenname oder Bayer oder sonst irgendwas, DAX-Konzerne. Aber in Wahrheit wurde der Großteil der Werte, die heute jetzt sozusagen an der Börse angezeigt werden, von angestellten Managern in der Folge dann sozusagen erwirtschaftet. Und es gibt ja wenige, die tatsächlich jetzt so, wie jetzt Familienunternehmer dann oft, ihr ganzes Leben einfach so solche Werte geschaffen haben. Das ist übrigens noch eine ganz spannende Beobachtung, was den DAX angeht, dass die meisten Konzerne, ebenso Bayer, BASF, Siemens und so weiter, ja aus der Kaiserzeit stammen. Wenn man S&P 500 anschaut in den USA, da gibt es ja so dieses Narrativ, dass da irgendwie 50 Prozent der Firmen alle 20 Jahre rausfallen, dadurch, dass so viel Innovation und Venture Capital den Markt beeinflusst. Und Deutschland ist einfach so, dass, ich glaube, 18 von 20 oder auf jeden Fall die Mehrzahl, kann man sagen, der DAX-Konzerne wirklich aus Kaisers Zeiten sind. Also gut mit dem Schlechten. So, also dann, wir haben auf 10 bei PIP den Anti-Becher-Zeiten, auf 9 die Elsie Kröner, auf 8, wie heißt das auf 8, PIP? Auf 8 eher kurios, und zwar Graf Zeppelin. Die Luftschifffirma hat, glaube ich, nur wenige Millionen, wobei nach Inflation werden es wahrscheinlich heutzutage auch Milliarden, aber bekannt natürlich geworden durch den Luftschiffbau, die dann Passagierluftfahrt pioniert haben. Später dann auch zur militärischen Nutzung eingesetzt wurden im Ersten Weltkrieg. Aber was ganz Spannendes an seinem Vermächtnis ist, dass die Zeppelin Luftschiffbau GmbH hat unter anderem auch die Zahnradfabrik Friedrichshafen gebaut und die wiederum ist die ZF Friedrichshafen geworden, die die Zeppelin Stiftung, der Zeppelin Stiftung inzwischen gehört und ich glaube mit 40 Milliarden Umsatz einer der größten Automobilzulieferer war. Also sein Erbe lebt er weiter und ich würde sagen Unternehmer, weil er riesige Risiken eingegangen ist, im weitesten Sinne auch ein Erfinder, eine Marke würde ich auf jeden Fall sagen und lebt eben in der ZF Getriebe. Ah, finde ich eine geile Wahl. Hatte ich nicht auf dem Zettel, muss man sagen. Also das habe ich nicht gesehen. Finde ich eine super Wahl. Also hast du auf Platz 7. Und die Stiftung finanziert die halbe Stadt Friedrichshafen würde ich annehmen. Also die ganze Universität und so weiter gehört mehr oder weniger glaube ich alles zur Zeppelin Stiftung. Okay, also das ist dann dein Platz 8 gewesen und dann auf Platz 7. Hast du jemanden, den ich persönlich kenne? Ja, da beneide ich dich fast. Da beneide ich dich fast Mist drum. Ich mache jetzt alle durch einmal? Ja, gerne. Okay, da habe ich Reinhold Wirth. Also ich finde ihn tatsächlich eine sehr beeindruckende Person. Da kommt natürlich auch so ein bisschen dieses Deutsche cremehaft, da das einfach eine sehr lange Zeit auch langsam ein Unternehmen aufgebaut hat. Aber ist natürlich riesig groß geworden. Ich glaube rund 10 Milliarden schwer, wenn ich mich nicht irre. Aber auch da hohen Respekt davor, dass er es zu Lebzeiten geschafft hat. Jetzt noch sehr lange daran festhält, muss man sagen. Aber finde ich und ist glaube ich wahrscheinlich Weltmarktführer beim Thema Schrauben oder die Marke. Und 100% Owner. Ihm gehört es wirklich zu 100%. Das ist keine Börse oder keine Investoren. Das ist einfach seine Firma alleine. Genau. Und das ist schon von der Leistung her, wenn man es jetzt sportlich betrachtet, als kompetitiv, dann ist es sehr schwer daran zu kommen. Und auch viele neue Sichtweisen zum Marketing, zu Charity und so weiter. Das kann man ja alles im Podcast nochmal nachhören, wen das interessiert. Aber ich finde es eine beeindruckende und in gewisser Weise auch innovative Persönlichkeit. Wobei, also ich habe irgendwie auch immer nachgedacht und ich bin ja auch begeistert, deswegen war ich auch da. Aber es ist natürlich, die Innovation bei Wirt ist nicht im Produkt, sondern ist eigentlich im Vertrieb. Also wenn man das Erfolgsgeheimnis von Herrn Wirt, glaube ich, finden möchte, dann findet man es eher im Verkauf und im Vertrieb und weniger jetzt in der, was ja auch am Ende egal ist. Aber es hätte mich jetzt noch mehr beeindruckt, wenn es irgendwie ein Produkt wäre oder wir kommen ja gleich vielleicht noch zu SAP oder so, wo das auch in Vertriebsleistung sicherlich ist. Aber da ist halt, ehrlicherweise, wo ich gerade SAP sage, ich merke gerade selber, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob das nicht auch eine größere Vertriebsleistung ist als alles andere. Aber, naja. Aber das war tatsächlich auch der Grund, warum es Reinhold Wirt nicht bei mir auf die Top-Ten-Liste geschafft hat. Ich finde es auch total spannend, was er geschaffen hat im Laufe seiner Karriere. Und da gibt es ja auch so ein paar, also so diese Werkzeug-Handwerksunternehmer sozusagen. Also auf der Longlist hatten wir auch noch den Erfinder des Fischerdübels, der ja wirklich auch irgendwie weltweit bekannt wurde mit diesem Dübel. Auch diesen Fischertechnik-Baukasten, auch eine wahnsinnige Geschichte am Ende von einem Familienunternehmen. Aber ja, also tatsächlich, da würde ich sogar sagen, ist die Innovation sogar noch größer gewesen als bei Herrn Wirt. Aber der herfolgt trotzdem gigantisch und auch natürlich die Zeitspanne, er hat das in seiner Lebenszeit irgendwie jetzt... Ja, am Ende muss man, wir diskutieren ja wirklich auf höchstem Niveau. Das sind ja Milliardäre, Milliardenumsätze, die diese Unternehmen gemacht haben. Aber irgendwie muss man ja so eine Top-Ten dann auch zusammenstellen. Ich habe auch überlegt, Liebherr raufzunehmen zum Beispiel. Die haben den Drehkran, also den mobilen montierbaren Kran quasi erfunden, was auch ein riesiger Durchbruch war. Und sind zusammen mit Poutin, glaube ich, einer französischen Firma jetzt auch Weltmarktführer. Und es gibt jetzt mehr chinesische Produkte, aber auch schon relativ bekannt. Okay, aber der hat es nicht geschafft. Stattdessen habe ich, ich würde es stellvertretend nennen, also ich habe Friedrich Bayer drauf. Das ist logischerweise der Gründer von der Bayer AG, die wie fast die gesamte deutsche chemische Industrie mit Anilin angefangen haben. Also Farbproduktion aus Kohle-Teer, also beim Verkurken von Kohle entsteht so ein Teer, aus dem man Indigo-Farben bauen kann. Das war so der Anfang von... Ich wäre beinahe mal Chemiker geworden übrigens, aber... Okay, ich wurde ja gerade schon kurz in der Schule, das geht ja so flüssig von der Zunge. Das ist der Chemie-Abi im Land geschrieben, aber bin dann doch zur BWL abgebucht. Wirklich? Uiuiui. Fun Facts über Pip, wäre das beste Chemie-Abi in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, hat das Aspirin quasi hergestellt als erstes. Nicht erfunden. Acetylsalicylsäure, zum Markennamen Aspirin gemacht, aber der Markenname ist wahrscheinlich da, was so bekannt ist. Und auch Heroin tatsächlich synthetisiert als erster damals. Und das erste Breitband-Antibiotikum, Prontosil, gebaut. Da natürlich ganze Städte aufgebaut, wo bei Tal Elberfeld Leverkusen ist, glaube ich, entstanden aus einer Fabrik, die einem Leverkus gehört. Und das wurde später erst Leverkusen genannt, weil das war der spöttische Name der Bevölkerung für den Ort eigentlich, weil das dem Herrn Leverkusen, der da eine kleine Raffinerie gehört oder so hatte, gehörte, hat man es dann in Leverkusen umbenannt. Okay. Später, also man erfährt bei der Recherche unheimlich viele lustige Anekdoten. Apropos Umbenennung, er hat sich ja selber auch umbenannt. Das habe ich nämlich zum Beispiel bei der Recherche entdeckt. Und ich komme ja sogar aus der Nähe von Wuppertal und mein Vater war lange bei Bayer. Aber ja, er wurde nämlich eigentlich mit E geschrieben. Allerdings gab es damals irgendwie so einen Schurken in der Stadt, der wohl quasi ja so Betrüger hat einfach. Und er hatte irgendwie Angst um seine Reputation oder auch um die seines Unternehmens und hat sich deswegen umbenannt in Bayer mit A, wie man es heute auch noch kennt. Okay. Eigentlich also stellvertretend, weil eigentlich müsste man dann auch Friedrich Engelhorn nennen, der BASF gegründet hat, also die badische Anilin- und Sodafabrik. Also auch da wieder Anilin ähnlich gestartet, Indigo-Farben. Und Deutschland war ja damals quasi der Chemiefabrikant der Welt. Es gab in den USA Dupont sozusagen als großen Konkurrenten. Daraufhin hat die deutsche Chemieindustrie sich dann höchst Bayer, Aqua und BASF zusammengetan zur IG Farben, die dann danach natürlich eine sehr problematische Geschichte hatte, weil die das Zyklon B hergestellt haben, das Schädlingsbekämpfungsmittel, was in den KZs genutzt wurde. Und Bayer hat im Ersten Weltkrieg auch schon Senf, Gas, Fosken und sowas hergestellt. Also alles eine sehr komplizierte Geschichte. Aber ich glaube, warum die deutsche Chemieindustrie eine Menschen braucht, ist, das wiederum war eigentlich eher BASF, aber das wurde bei dem Podcast mit Lukas Gadovsky, aber auch Christian Vollmann ja erwähnt, das Haber-Bosch-Verfahren, also die Ammoniak-Synthese. Das ist ja was bis heute die Welt ernährt eigentlich. Und da finde ich es wieder auch noch wichtig, den Vorgänger zu hören. Justus von Liebig ist eigentlich der, der erkannt hat, dass Pflanzen Stickstoffverbindungen aufnehmen und dadurch man das Wachstum fördern kann. Das heißt, der hat eigentlich die wissenschaftliche Grundlage gelegt und Haber und Bosch haben dann für BASF quasi die Ammoniak-Synthese, also das Zusammenfügen von Stickstoff aus der Luft und Wasserstoff am Osmium-Katalysator und damit quasi die gesamte Düngemittel- und Sprengstoffproduktion erfunden. Und das war ein riesiger Wirtschaftsfaktor für Deutschland, wurde dann nach den Weltkriegen immer abmontiert komplett. Also da hat man die industrielle Struktur immer größtenteils wieder verloren. Aber das sind auf jeden Fall bis heute wichtige Namen, BASF, Höchst, Bayer und so weiter. Ich fand es übrigens bei der Recherche auch total interessant, ich habe auch so Listen gefunden von großen Erfindungen. Also einmal dieses Haber-Bosch-Verfahren natürlich, aber auch das Periodensystem der Elemente zum Beispiel wurde ja auch in Deutschland erfunden. Und wir haben natürlich auch so ein paar Erfindungen dann am Ende, wo man sagt, die wurden bei uns erfunden. Oder das war so der Impuls, der von uns kam, aber da wurde nichts draus gemacht. Das bekannteste Beispiel aus der neueren Zeit ist ja irgendwie, das ist ja das MP3-Format, was ja am Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Und ja, am Ende dann sozusagen jetzt erst diese ganzen Musikdienste möglich gemacht hat. Aber auch zum Beispiel, das war mir auch nicht bewusst, die Glühbirne wurde, also man denkt ja mal, Thomas Edison war aber eigentlich 1854 schon Heinrich Göbel. Er hat noch nie gehört den Namen, aber der hatte die erfunden, hat nur das Patent nicht angemeldet. Und das hat dann Edison 25 Jahre später einfach erledigt. Oder auch das Telefon wurde auch in Deutschland das erste erfunden und nicht von Herrn Bell, den man ja sonst irgendwie so kennt. Also das sind irgendwie so drei Beispiele, die mir so bei der Recherche aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, ach krass, also MP3 wusste ich, aber die anderen beiden wusste ich tatsächlich nicht. Wie krass gut Deutschland so pulsioniert war, also so, sagen wir mal, um 1900, was war, also zwischen 1880 und 1920 oder so, das ist ja Kaiserzeit, was da alles so gekommen ist hier, da war Deutschland das, was wir heute wahrscheinlich in den USA sehen. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Karl Ferdinand Braun hat die Halbleiter-Diode übrigens. Also vom Prinzip von Le Chatelier und Braun, das sollte man aus dem Chemieunterricht mitgenommen haben, der hat die Halbleiter-Diode quasi erfunden. Und Justus von Liebig zum Beispiel, der das mit der Stickstoffverbindung erfunden hat, hat außerdem auch quasi das Maggi erfunden. Der hat nämlich so ein Fleisch- und Malzextrakt, was dann hauptsächlich auch für Feldrationen natürlich benutzt wurde, aber er hat quasi gemerkt, wie man die Nährstoffe aus Pflanzen und Fleisch extrahieren kann und damit quasi den Vorläufer von Maggi erfunden. Genau, das war BASF-Unterhandelsmagnetband, auch BASF, zusammen mit AIG. Also das heißt, du hast aber jetzt dazu, stellvertretend für all die gerade genannten, hast du jetzt auf Platz 6 den Friedrich Bayer. Einfach weil er, glaube ich, die großen Marken geschaffen hat, so mit unter anderem Aspirieren, würde ich sagen. Aber man könnte genau sagen BASF, weil die Ammoniak-Synthese, aber das haben halt Fritz Haber und Karl Bosch gemacht, im Auftrag der BASF. Aber Bosch, es ist nicht der Bosch, den du auf Platz 5 hast. Genau, gute Überleitung. Hervorragend. Genau, Robert Bosch, ich glaube, hat den Magnetzünder, glaube ich, für Automotoren erfunden. Ist heute einer der größten Automobilzulieferer. Hält die ganze Region um Stuttgart zusammen mit der Autoindustrie mit am Leben. Viel philanthropisch inzwischen auch unterwegs. Ich glaube, es ist auch eine Stiftung, Familienstiftung. Unglaublich Name, der sehr für deutschen Erfindergeist steht. Und Robert Bosch ist heutzutage auch immer noch Hightech. Also sind bei der selbstfahrenden Autotechnologie relativ weit oben. Man denkt immer nicht daran, man denkt an Google, Waymo, Baidu und Tesla. Aber Robert Bosch hat eigentlich relativ konkurrenzfähige Produkte da. Man vergisst auch oft, wie groß die sind, weil sie halt eben nicht börsennotiert sind. Also wenn die an der Börse wären, wären die einer der Top-DAX-Konzerne. Aber ja, einer der weltweit größten Zulieferer inzwischen. Genau. Hast du sonst noch was zu Robert Bosch gefunden? Irgendeine nette Anekdote? Du hast nicht auf der Liste, ne? Ich habe mich nicht auf der Liste, ne, genau. Also ich habe tatsächlich auch hin und her überlegt. Ist auch eine Wahnsinnsleistung natürlich am Ende. Aber ich hatte dann doch andere, die ich ein bisschen stärker fand in ihren Segmenten wiederum. Dann lass mal weitermachen. Einen Spritzpumpe hat er auch von sich gerade. Der da drüber kommt, also bei dir jetzt auf Platz 4, den hast du zumindest auch mit dabei, Flo. Oder sag mal, um wen handelt es sich um? Ein Ehepaar, glaube ich. Genau. Bei Ehepaar sollte man es eigentlich schon wissen. Es sind nicht die Ankerkrautgründer. Es sind dann Özlem Türici und Uwe Sahin von Biontech. Also wahrscheinlich das jüngste und beste Beispiel, wie man aus der Wissenschaft heraus also einerseits ein Riesenvermögen schaffen kann, aber auch gesellschaftlichen Impact, der sicherlich immer noch umstritten ist. Aber ich glaube, schnellste 100 Milliarden Unternehmen, ganz sicher. Inzwischen, glaube ich, nur noch 30 Milliarden oder um die 30 Milliarden. Auch ein Zeichen, dass in Deutschland immer noch Spitzenforschung betrieben wird in bestimmten Segmenten. Genau, Zeichen für Spitzenforschung. Gutes Beispiel auch sozusagen das von Einwanderern geschaffene Unternehmung, was in den USA ja noch stärker so als Abdruck. Das fand ich übrigens auch spannend. Ich habe an der HL in Leipzig so einen Vortrag gehalten und ein Problem, das ich wirklich sehe in Deutschland, ist, dass bei uns eigentlich zu viele BWLer, also Wirtschaftswissenschaftler, gründen. Wenn man sich die 100 Milliarden Tech-Unternehmen in den USA anschaut, also Bill Gates war Computer Science, Steve Jobs hat so ein bisschen geisteswissenschaftlichen Design-Philosophie gemacht, aber dann die beiden Google-Gründer ganz offenbar, Mark Zuckerberg, Facebook, ganz klar STEM. Selbst Bernard Arnault von LVMH, Milliardenkonzern, im Moment der reichste Mann der Welt, ist kein BWLer, ist tatsächlich auch Ingenieur. Also du hast diese STEM-Berufe, die bauen, glaube ich, die größten Unternehmen der Welt und auch dafür ist Biontech ja ein riesengutes Beispiel. Das ist halt nicht von irgendwelchen BWLern gegründet, sondern es ist wirklich was Disruptives, das mRNA-Verfahren gewesen für die Impfstoff- und Krebstherapie. Und auch in Deutschland ist es eigentlich so, ich werde es nicht vorgreifen, aber das wird vielleicht die Übergleitung zum nächsten Platz auch gleich. Auch in Deutschland ist es gar nicht so anders. Also Biontech ist von STEM-Leuten, also in dem Fall Biologen würde ich annehmen. Weiß ich gar nicht, was die hier von Beruf sind, aber auf jeden Fall ein wissenschaftlicher STEM- oder naturwissenschaftlicher Beruf. Aber mein nächster Platz wäre SAP und da sind vier der fünf Gründe, also bekannt sind immer Dietmar Hopp und Hasso Plattner natürlich. Es gibt noch Hector Tschirer und, was habe ich vergessen, Leutenberger, Leuten... Sekunde, 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 das habe ich gleich. Vielleicht habe ich es sogar aufgeschrieben. Da, Wellenreuter, Tschirer, Hector, Plattner, Hopp. Genau. Von denen waren auch vier von fünf Computer Scientists letztlich. Und SAP ist ja das einzige, sagen wir, 100 Milliarden Tech-Unternehmen in Deutschland. Und ich glaube, das wäre auch wirklich gut, wenn wir mehr Leute wieder aus der Wissenschaft haben, die gründen. Und wir nicht nur, also hohen Respekt vor Leuten, die große Marktplätze oder E-Commerce-Geschäfte aufgebaut haben. Aber die wirklich großen, einflussreichen Unternehmen, glaube ich, werden von Naturwissenschaftlern oder gemischten Teams gebaut. Genau, das wollte ich mich gerade sagen, weil ich gebe da zum Beispiel jetzt hier das Beispiel Miele, wo sich ja auch der Karl Miele, auch auf unserer Longlist gewesen, ja eher um den technischen Bereich gekümmert hat. Also auch natürlich dann die erste Waschmaschine, die erste Geschirrspülmaschine erfunden hat. Und dann gleichzeitig der Rainer Zinkern, den man in der Öffentlichkeit natürlich, da das Unternehmen Miele heißt, vielleicht gar nicht so kennt, sich halt eher um diesen ganzen kaufmännischen Bereich. Und das ist ja am Ende ein gutes Beispiel für so ein Team, das sich halt einfach, ja, dann ergänzt. Und ich glaube, das ist auch das, was man, ich hatte letztens mal so eine Statistik gesehen oder so eine Grafik gesehen, die jemand, ein Professor von der RWTH Aachen geteilt hat, der sich da um dieses ganze Thema Entrepreneurship kümmert und der auch so ein bisschen gezeigt hatte, wie viele Finanzierungsrunden und wie hoch die Finanzierungsrunden sind mit RWTH-Beteiligung. Und das ist eigentlich ganz gut zu sehen, dass da jetzt offensichtlich so dieser, ja, dieses Gründertum wieder auch mehr an solchen technischen Hochschulen ankommt. Also in München sieht man es ja auch, ja, dass einfach auch wieder mehr aus den Naturwissenschaften heraus gegründet wird, vielleicht auch sogar in Kombination dann mit jemandem vielleicht von der IWHU oder so. Genau, ganz oft braucht man auch die, gutes Beispiel für Kombination ist auch Emil von Behring, der quasi Impfstoffe und die Serumtherapie und so mit Paul Ehrlich zusammen erfunden hat und die Behring-Werke in Marburg gebaut hat, wo er quasi auch unternehmerisch auf eigenes Risiko versucht hat, Impfstoffe für Diphtherin und Tetanus und so weiter zu entwickeln. Und auch der hat sich quasi einen Sidekick BWLer geholt, um das zu managen, weil er dazu einfach nicht... Das ist eigentlich muss man auch aufrufen, das was Christian Vollmann, der von dir auch schon erwähnt wurde als Gast hier, gesagt hat, man braucht eigentlich gemischte Teams. Also eigentlich ist es doch, wenn jetzt jemand hier hört und sich überlegt zu gründen, guckt irgendwo, wo gibt es halt irgendwie einen Wissenschaftler oder einen guten Forscher oder so, den man auf seinen Rücken spannen kann als BWLer, den man dann zusammenarbeiten kann. Übrigens, weil du jetzt sozusagen über die wissenschaftlichen Hintergründe kommst und jetzt sind wir über die Biontech-Gründer schon hinweg, du hast sie auf deiner Liste sogar noch höher. Ich habe sie bei mir nicht drauf auf der Liste. Ich habe stattdessen die Strüngmann-Brüder drauf. Wäre das nicht eigentlich der richtige Call? Die sind auch jetzt keine BWLer, aber sind noch viel erfolgreicher und haben, Stichwort Hebel, den Erfolg von Biontech erst ermöglicht durch ihre Finanzierung. Haben wir aber ihr großes Geld mit Hexal, einem Generika-Steller, verdient. Sind auch schon seit ganz vielen Jahren im Hintergrund dabei. Berühmte Geschichten, dass sie es sogar bei Studi4Z mal mitfinanziert haben und sonst wo. Also aus meiner Sicht bitte die beeindruckendsten deutschen Unternehmen sind so eineiige Zwillinge. Und übrigens aus Müllermann der Ruhr, das ist mir auch sehr sympathisch, ist dann war früher nach München gezogen. Aber ja, auch nur ein Bruder oder ein Zwillingspaar, das viel zu wenig Beachtung hat in der Öffentlichkeit, dafür, dass sie noch am Leben sind, für die Werte, die sie geschaffen haben, jetzt unheimlich mit Biontech. Und ich war überrascht, dass ihr beiden halt nicht die drauf habt, sondern stattdessen in Anführungsstrichen nur die Biontech-Gründer. Ich habe überlegt, ich fand es aus den Gründen, die du sagst, also dass sie in Anführungsstrichen nur ein Generika-Konzern erstmal aufgebaut hat, also der bereits patentierte Medikamente, sobald das Patent ausläuft, dann preisgünstig produziert. Aber was ich ihnen auf jeden Fall gebe, ist, dass sie danach halt Hochrisiko-Investments gemacht haben. Also das ist auch Unternehmertum, würde ich sagen, nicht nur Investor, sondern auch... Ach, krass Sachen, Banken als mögliche, ne? Genau. Und damit schon viele Dinge angeschoben haben. Ist tatsächlich also bei dir, der nächste Platz sind ja die SAP-Gründer, also auf Platz 3 hast du die ja, ich habe sie auf Platz 4. Und überhaupt ist es ja genauso, mit SAP zu Vermögen kommen, aber dann CureVac. Hat am Ende natürlich jetzt in der Pandemie nicht geklappt mit dem Impfstoff. Aber trotzdem dieses Risiko zu gehen und da in einen Bereich zu investieren, der wirklich zukunftsweisend ist, fand ich bei ihm oder finde ich bei ihm auch total beeindruckend. Genau wie bei den Strüngmanns. Ich habe tatsächlich trotzdem die Biontech-Gründer auf 3 und die Strüngmanns nicht in meiner Top 10, weil ich eben das, was ich eingangs erwähnt hatte, so diese Überlegung, was ist die Innovation? Und diese Innovation hat einfach dazu geführt, dass wir in einer Pandemie, die weltweit irgendwie zu den massivsten Einschränkungen von Freiheitsrechten und sonst was geführt hat, einfach den Hebel hatten, um wieder das zu bekämpfen. Und das fand ich einfach so als unternehmerische Leistung aus Deutschland heraus so beeindruckend, dass ich sie für mich dann halt auf Platz 3 am Ende, ja. Aber es ist schon so, dass die Strüngmanns, glaube ich, die Erwähnung verdienen, weil was ja auch relativ typisch ist, wenn man wirklich große Tech-Unternehmen baut, dass sie halt, oder sagen wirtschaftlich basierte Unternehmen, dass du halt unheimlich viel CapEx hast, also musst wirklich investieren. Kapitalkosten, ganz viel. Genau, also Investitionskosten. Also sei es jetzt, ob du irgendwie ein Halbleiterwerk bauen willst oder eine Fabrik. Also selbst Biontech braucht ja dann trotzdem die Hilfe von Pfizer, um das quasi zu kommerzialisieren. Dafür braucht es auch so Unternehmer wie die Strüngmanns, die das dann finanzieren. Und ja auch so ein bisschen, was du auch gesagt hattest mit Blick auf den DAX. Also es gibt wahnsinnig viel altes Geld in Deutschland und dieses Geld muss eigentlich mehr und noch stärker dazu genutzt werden, auch wirklich dann so die jungen Unternehmen eben hervorzubringen. Also dass so Leute wie dann Ugo Schahin oder so dann auch das Geld bekommen, um solche Technologien voranzutreiben. Also wir sind jetzt, ich versuche jetzt ein bisschen ein Buch zu führen, wir haben uns jetzt von Platz 4 bei PIP die Biontech-Gründer. Auf Platz 3 hattest du gerade schon ein bisschen was erzählt über SAP und da stellvertretend jetzt Hopp und Platten, aber es gibt halt mehr. Ich würde sagen, der einzig relevante deutsche Tech-Konzerne, also der einzige über 100 Milliarden, ganz sicher, also sind über ERP-Software, also Electronic Resource Planner. Man hätte noch als relevanten von einem deutschen gegründeten Tech-Konzern, der wirklich relevant ist, auch noch Shopify mit drauf nehmen können, obwohl die jetzt in Kanada sitzen. Von einem Koblenzler gegründet. Genau, genau, haben wir uns jetzt alle gespart. Eigentlich hätte man es machen können. Ja, ich habe tatsächlich bei, also am Ende ist es natürlich auch ein bisschen unfair, weil einfach Plattner und Hopp natürlich auch ein längeres Leben schon vorzuweisen hatten, indem sie gewisse Dinge tun konnten, die jetzt vielleicht andere mit Anfang 30, Ende 30, Anfang 40 noch nicht gemacht haben. Aber ich finde einfach wahnsinnig beeindruckend, was die auch sozusagen der Gesellschaft am Ende zurückgegeben haben. Also einmal durch unternehmerisches Handeln, jetzt im Fall von Dietmar Hopp, aber das Hasso-Plattner-Institut, was er ins Leben gerufen hat, erlaubt total viel wesentliche Forschung. Und auch in der Region haben sie sich ja wahnsinnig stark engagiert. Also das jetzt mal abgesehen von TSG Hoffenheim, haben sie ja wirklich wahnsinnig viel soziales Engagement am Ende gemacht. Hasso-Plattner-Institut gibt es in Potsdam, also Wissenschaftsförderung auch weiter. Ja, genau. Gut, dann kommen wir zu Platz 2. Mein Platz 2 ist Karl Zeiss aus Jena, also der Begründer der optischen Industrie in Deutschland, kann man glaube ich sagen. Also hat die ersten Mikroskop gebaut, bis zu Weltraumteleskopen. Dann irgendwann, und ist immer noch relevant, unter anderem befinden sich Karl Zeiss-Teile in den ASML-Maschinen, die die Chips bedampfen, also die jetzt super wichtig sind, quasi für die großen Chip-Produzenten. Da wiederum sind Leser der Familie Trumpf oder der Firma Trumpf AG drin. Die Familie Leibinger hat es leider auch nicht geschafft in die Liste, finde ich aber beeindruckend, wird auch von einer Frau geführt. Zweimal sogar vertreten auf unserer Longlist, mit Berthold und mit Nikola Leibinger. Genau, so vier, fünf Milliarden schwer, glaube ich, auch die Trumpf. Und dann bauen wichtige Teile tatsächlich zur Mikroschipp-Produktion, also Hochpräzisionsleser. Aber ja, Karl Zeiss ist eine Marke. Das schwingt dir auch ein bisschen die Sympathie für einen Landsmann aus dem Osten wahrscheinlich mit. Ja und, wo du das gerade ansprichst, Sympathie, also auch die Schott-Glas AG, also Weingläser, alles Mögliche, kannst du wahrscheinlich am Ende auf Zeiss, es gibt noch ein zweites im Saarland irgendwie, werden auch viele Gläser hergestellt, aber die Schott AG ist unter anderem auch aus Karl Zeiss entstanden. Auch da gibt es noch einen Mitgründer, der mir jetzt entfallen ist, Arno Abbe. Ah, Ernst Abbe. Ernst Abbe, genau. Ernst Abbe Sportpark. Genau, Ernst Abbe. Da weißt du Bescheid. Aber ich habe tatsächlich auch, ich habe Karl Zeiss auf Platz 9 zwar nur, aber auch in meiner Top 10 drin. Und vielleicht ist das auch mal ganz interessant, weil wir sind es bei Platz 1 wirklich alle einig gewesen, lustigerweise, aber bevor wir das sozusagen enthüllen, vielleicht einmal noch zu gucken, wer jemanden unterschiedlich platziert hat. Also Philipp, bei dir sehe ich zum Beispiel, haben wir noch gar nicht, bei Pip auf der Liste ist kein Handelsunternehmen zum Beispiel. Ja, ich würde fair, ich habe wirklich lange überlegt, aber ich wollte, ich finde, es ist schwerer als wirklich innovativ zu sein. Man kann sagen, so die Discounter wurden in Deutschland erfunden und das hat dafür gesorgt, dass wir die günstigsten Preise und die schlechtesten Lebensmittel haben. Aber wenn ich ein Handelsunternehmen machen würde, oder ich würde dann auf der Stellvertretung sozusagen die Gruppe der Warenhausbetreiber. Lecker. Aber Rudolf Karstadt, übrigens ist ja ein Essener Konzern, aber das erste Haus in Wismar, in Mecklenburg-Vorpommern, war das erste Karstadt-Kaufhaus. Georg Wertheim, das erste Wertheim stand in Stralsund, 30 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Adolf Jandorf, der ist KDW. War noch nie das denn da aufgemacht, weiß man das? Die ersten Warenhäuser sind in England und Amerika entstanden, aber die Leute, die das zuerst quasi adaptiert haben, waren Hermann Tietz, Hertie, in Gera übrigens, komischerweise wirklich tatsächlich alle im Osten. Adolf Jandorf, KDW, Georg Wertheim und Rudolf Karstadt, die auch unheimlich schnell damals expandiert, die hatten alle noch in den ersten 20 Jahren, 20, 30 Filialen gebaut. Da hätte ich kein Eigen von genommen, weil einen da rauszustellen ist schwer und dann alle vier zu nehmen. Die haben es bei mir nicht geschafft, aber haben so einen honorable Menschen, würde ich sagen. Also, mal ganz kurz, stopp. Also, das, was ich, ich, diese Handelskritik, die jetzt bei Pip da durchkommt, ich verstehe die ja in großen Teilen, aber ihr habt beide eine Person hier auf eurer Liste, wo ich sage, das geht eigentlich nicht. Also, der Dieter Schwarz, also von der Schwarz-Gruppe, den muss man da drauf haben. Ich will nur mal ganz kurz sagen, der hat aktuell, Mitarbeiterzahl 2020, 429.000 Mitarbeiter, also wie viele Menschen, der Arbeit gibt. Die setzen irgendwie fast 50 Milliarden, das ist eines der größten Unternehmen der Welt, nach Umsatz. Dem Typen gehört das mehr oder weniger alleine. Also, das ist natürlich auf Platz 1 der Liste der reichsten Deutschen. Den jetzt nicht reinzunehmen, der hat das in seiner Lebenszeit aufgebaut. Also, der muss da drauf sein. Da habt ihr beiden Fehler gemacht, das muss man ganz klar sagen. Ja, ich habe tatsächlich ihn nicht genommen. Ich habe die Aldi-Brü, also Karl und Theo Albrecht. Hätte ich normalerweise auch sofort gelassen, die Essener. Essener ist ja sozusagen der Ursprung, das Unternehmertum ist Deutschland. Da kommen sie alle her. Ich habe tatsächlich, also, ich habe geschwankt. Also, es gibt bei den Händlern, gibt es wahnsinnig viele, also vom Quelle-Katalog natürlich, den man kennt irgendwie so, über Otto. Also, es gibt einfach wahnsinnig große Spanne. Du hast jetzt irgendwie Thorsten Töller letztlich bei dir im Podcast zu Gast gehabt, Fressnapf. Und ich habe mich am Ende für die Aldi-Brüder entschieden und gegen Dieter Schwarz, weil Dieter Schwarz relativ früh die Geschäfte an Klaus Gerig als Manager übergeben hat. Und ich einfach fand, dass die Aldi-Brüder über die Jahre hinweg ja viel länger in operativer Verantwortung standen. Und das war am Ende sozusagen das, was für mich den Ausschlag gegeben hat. Nichtsdestotrotz ist die Lebensleistung von Dieter Schwarz natürlich beeindruckend. Also, auch was Heilbronn von ihm ja, unter dem Strich wahrscheinlich auch profitiert hat. Und auch diese Transformation, die jetzt da gerade eingeleitet wird, schon alles sehr spannend. Aber wie gesagt, am Ende... Das ist eine andere Folge. Da kann man fast eine Folge draus machen, was Pipp davon hält, dass die jetzt irgendwie ein deutsches AWS bauen wollen. Und also, da sind ja ganz große Pläne, dass die, ich glaube, ein eigenes Entsorgungsunternehmen konnte man künstliche Menschenmagazin nachlesen, gebaut haben. Einfach so Amazon-Seiten. Das ist quasi das deutsche Amazon. Lidl halt. Aber es ist das deutsche Amazon. Was sie bei Autos, was sie für Autobestellungen haben, Autos aufkaufen und wieder verkaufen. Also, einer der größten Player in dem Bereich. Und wirklich relevanter Kunde von den großen Autoherstellern. Also, insofern muss man auf jeden Fall hier drüber sprechen. Bei mir wird es gleich drauf sein. Bei euch beiden ist es nicht drauf. Du hast zumindest die Aldi-Brüder drauf. Absolut. Ich habe sie auf Platz 5 und du hast Dieter Schwarz ja auf 4, ne? Ja. Aber ich habe generell das Prinzip gefahren, dass ich erst mal auch mir jetzt eure Pitches anhöre und dann nachher kann ich meine Liste noch ein bisschen hin und her switchen, je nachdem, wie überzeugt ihr es jetzt erklärt. Jetzt würde ich sagen, wollen wir Platz 1 noch mal sparen, weil den haben wir eh alle drei gleich. Aber wir gehen jetzt erst mal rein, vielleicht in Flo's Platz 10, beziehungsweise den kennen wir schon. Genau. Und dann geht man deine Liste von unten nach oben durch, vor allen Dingen natürlich bei denen, die wir noch nicht hatten. Genau, also, ja, Andy Bechtholzheim haben wir ja schon gesagt, ist bei mir auch Platz 10, wie bei Pip. Dann Karl Zeiss, den er auf 2 hat, habe ich auf 9. Und ich habe tatsächlich insgesamt drei Frauen in meiner Liste. Einmal die Else Kröner, die wir auch schon erwähnt hatten, von Fresenius. Aber auf Platz 8 habe ich Anne Burda. Und zwar, also Burda, den Nachnamen kennt man ja auch noch heute in der Medienwelt. Und ich fand es einfach wahnsinnig beeindruckend, dass sie ja am Ende den Weltmarktführer bei diesen Schnittmustern aufgebaut hat. Also so von, auch so einer ganz schlechten Ausgangslage eigentlich. Also sie wurde von ihrem Mann betrogen und ist dann aber nicht irgendwie eingeknickt oder so damals, sondern hat einfach gesagt so, okay, pass auf, gib mir den Verlag und hat sich sozusagen diesen Verlag, den er mit seiner, ja, mit der Frau, die, ich glaube Sekretärin war es sogar, mit der sie betrogen hat, aufgebaut hat er quasi, hat sie übernommen und dann zu diesem Weltmarktführer wirklich mit Schnittmustern entwickelt. Und das fand ich einfach in dieser Zeit auch dann eine Lebensleistung, ja, die für mich dann auch... Und das ist die kleinen Zelle des heutigen Burda. Also das muss man schon sagen. Daraus ist dann das heutige Burda-Unternehmen, wo man jetzt den Hubert Burda und so kennt, weil er noch am Leben ist, entstanden, ne? Genau, ja. Und in der Spitze ja wirklich vier Millionen Exemplare weltweit. Und natürlich ist der Markt verglichen mit anderen Märkten relativ klein, aber auf diesem Markt wiederum hat sie wirklich, ja, total innovativ sich da ihren Platz erkämpft. Und das fand ich wirklich, ja, sehr beeindruckend. Und dann hast du Elsie Kröner auf Platz sieben, wir waren jetzt ja bei Platz acht, Frau Burda, Frau Kröner und dann kommt auf Platz sechs direkt die nächste Frau. Also du hast hier fast eine reine Frauenliste gemacht, ne? Ja, genau. Ich habe tatsächlich auf Platz sechs habe ich Milita Benz und den Nachnamen kennt man jetzt ja eher im Automobilbereich, den Vornamen, aber natürlich... Aber es ist auch Benz mit TZ. Es ist Benz mit TZ, genau. Für Kaffeefilter. Und das ist auch wieder so, das fand ich auch, als ich das recherchiert habe, weil es mir auch nicht so klar war, woher das kommt, fand ich es auch total beeindruckend, weil eben Milita Benz als Hausfrau immer diesen Kaffee für ihren Mann gebrüht hat. Und früher brühte man diesen Kaffee offensichtlich so, dass man da einfach das heiße Wasser drüber gekippt hat und dann einfach gewartet, bis sich dieser ganze Kaffeesatz so irgendwie absetzt oder hat halt versucht, es irgendwie auszuschütten, aber es gab irgendwie keine Siebe, die feinporig genug waren. Also man hat immer dieses Kaffeepulver da mit drin und dann hat sie irgendwie so ein Löschpapier von ihrem Sohn genommen und damit so den ersten Kaffeefilter gemacht. Und nicht nur das, allein das fand ich schon irgendwie genial, aber sie hat sogar noch ein Patent eingereicht. Also hat wirklich sich auch noch ihre Innovation schützen lassen. Man muss sagen, heute Milita, der Konzern, der dann auch von ihr gegründet wurde, ist jetzt zwei Milliarden Umsatz. Weltmarktführer oder zumindest einer der größten Anbieter bei den Kaffeesystemen sitzt in Ostwestfalen, also schon ein Unternehmen oder eine Struktur, die man nicht so im Blick hat, wo eine Frau im Hintergrund steht, von den Werten allerdings doch eher, also im Falle die Liste klein, aber die Story hat dich überzeugt und die... Genau, total. Also ich fand einfach wirklich, also diese Innovation 1908 irgendwie schon gemacht, also über 100 Jahre auch schon alt in einer Zeit, wo Frauen jetzt wirklich alles andere als irgendwie weit vorne in der Wirtschaft mitmischen durften und also einmal sozusagen dieser Innovationsgedanke, den fand ich interessant und das zweite war aber noch dieser Vertriebsgedanke, also dass sie wirklich hingegangen ist und gesagt hat, sie nimmt so Vorführdamen, sag ich jetzt mal und die machen so Kaffeekränzchen, wo sie dann am Ende anderen wiederum den Kaffeefilter und diese Funktion des Kaffeefilters präsentieren. Also im Endeffekt hat sie... Multilevel-Marketing. Ja, Strukturvertrieb hat sie erfunden. Genau. Kennt man heute noch vom Terramix, Tupperware, sonst irgendwas und wer hat's erfunden? Milita, ne? Okay, also wir gehen... Beutel hat sie auch erfunden, glaube ich, ist auch von Milita. Genau, also heute gehören Toppets unter anderem dazu und Swirl. Also Swirl, die Marke kennt man ja auch, gehört auch zu Milita. Okay, also es war dann Platz 6. Auf deinem Platz 5 sind meine Essener Buddies Karl und Theo Eilbrecht. Genau, genau. Hatte ich ja gerade schon erklärt, warum die auf Platz 4 habe ich dann die SAP-Gründer, also auch jetzt nichts Neues, hatten wir auch schon gesprochen. Dann Biontech, Özlem Türici und Ugo Sahin auf Platz 3 und Platz 2, also... Jetzt wird's wieder lokalpatriotisch. Genau, genau. Pip ist ja im Osten geblieben, sozusagen, und ich bin natürlich der NRW-Verteidiger dann. Ich hab Franz Haniel auf Platz 2 gewählt, weil ich das auch wieder eine Leistung fand, die so wirklich am Ende die Industrialisierung überhaupt eingeleitet hat. Also wir haben ja einen Zeitraum festgelegt, jetzt über den wir sprechen wollen, und möglich wurde diese Industrialisierung erst durch ihn, weil er halt damals wirklich sozusagen diese Mergeldecke, also die so eine Gesteinsschicht durchbrochen hat als erster, durch die man überhaupt diese tiefer liegende Kohle fördern konnte. Und vorher musste man ja mal diese Kohle von oben sozusagen, die weit an der Oberfläche war, abtragen und nutzen und dadurch konnte man überhaupt erstmal im Ruhrgebiet richtig tief in den Schichten die Kohle fördern. und diese ganze Keimzette des Ruhrgebiets ist halt einfach durch diese Innovation von ihm entstanden oder das war sozusagen die Innovation. Würdest du nicht sagen, dass Krupp höher anzusiedeln ist als Haniel? Nee, weil Krupp, also am Ende, dass günstige Energie vorhanden war, durch die dann Leute wie Krupp oder so ihre ganzen Stahlwerke betreiben konnten, das war halt am Ende nur möglich, weil du halt die Kohle fördern konntest. Kohle war auch die Grundlage der chemischen Industrie. Die Plattform. Und es ist ja, ich meine, wem sage ich das, aber Zeche Zollverein ist heute der Kulturerbe und ist halt am Ende auch Haniel oder auf Haniel zurückzuführen. Und ja, für mich deswegen tatsächlich die Nummer zwei. Weil er halt auch eben, das ist jetzt ein bisschen aus so einer anderen Podcast-Folge, die wir kürzlich aufgenommen hatten, mit dem Philipp Freise von KKR, wo wir auch über Unternehmertum gesprochen haben und er so eine neue Kategorie eingeführt hat, diese Multi-Genies, da hat er ja davon gesprochen, dass er gesagt hat, dass es Unternehmer gibt, die so gut sind und so schlau sind, dass sie nicht nur ein Unternehmen betreiben sollten. Und das war bei Franz Haniel halt auch so. Also er hat wirklich auch noch irgendwie neben dieser ganzen Kohle-Geschichte hat er auch noch irgendwie so eine Handelsunternehmen aufgebaut, Dampfschiffe vertrieben, Dampfmaschinen, Lokomotiven und so. Und Haniels sind ja heute immer noch im Ruhrgebiet so eine der ganz alteingesessenen Familien, die ja mit ihrer Holding ja heute immer noch investieren. Fand ich spannend. Die vertikale Integration erfunden, wenn er von der Kohle zur Dampflock und so weiter weitergedacht hat. Wertschöpfungskette stark verlängert. Okay, also dann Platz 1, auch da nehmen wir noch nicht, sondern dann würde ich auf meine Liste rüber switchen. So mein Platz 10 ist eigentlich ein Platz 10, den Pip hätte bringen müssen. Auf jeden Fall denke ich eine Überraschung, aber ich finde die Vita von Heinrich Schliemann einfach so unfassbar und irgendwo auch so inspirierend, dass ich ihn gerne draufnehmen wollte. Also Heinrich Schliemann ist ja der Heinrich Schliemann, den man vielleicht kennt, weil er Archäologe am Ende Archäologe war und Troja entdeckt hat. Aber die Mittel dafür, die hat er sich halt beschafft und ich würde sagen, wenn ich das so richtig nachvollziehen kann, war der, der Elon Musk der damaligen Zeit. Und die damalige Zeit ist auch so noch gerade knapp eben im Bereich dessen, was wir definiert haben. Der ist geboren 1822 halt eben in Mecklenburg-Vorpommern an einem Ort namens Neubuco und ist gestorben 1890 in Neapel. Und dazwischen liegt ein unfassbar schillerndes Leben. Ja, wollte mehrfach auswandern, aus Mecklenburg-Vorpommern, ist dann irgendwie mehrfach auch nicht weitergekommen, richtig harte Rückschläge, war dann auf irgendwelchen Segelschiffen und ist dann vor Texel gestrandet, also in Mürde bis Holland gekommen, hat dann irgendwie sich angefangen wieder hochzuarbeiten und hat dann offenbar entschieden, ich gehe nach Russland und ist dann dort mit dem Handel mit Kolonialwaren, so heißt es aber, das sind am Ende Farbstoffe, Genussmittel, Industrierohstoffe, mit denen er da gedealt hat und hat damit ein erstes Vermögen aufgebaut, übrigens auch ganz viele verschiebene Fremdsprachen gelernt, total beeindruckend, wie viele Sprachen er nachher konnte, irgendwie Niederländisch wahrscheinlich aus seiner Zeit bei Texel und da war er in Amsterdam, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Englisch offenbar auch, denn als er dann in Russland war, hat er mitbekommen, dass sein Bruder Goldsucher geworden ist in Kalifornien und daraufhin ist dann Schliemann auch nach Kalifornien seinem Bruder hinterher und hat da wirklich das gemacht, was man ja so sprichwörtlich kennt als den Goldsuchern die Schaufeln zu verkaufen, er hat da eine Bank gegründet in Sacramento, da wo der Goldrausch passierte, man hat sozusagen an den Goldsuchenden so viel Geld verdient, dass er da also neben dem russischen Vermögen immer weiter unabhängig wurde, ich kann jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie viele Milliarden das waren, aber es muss so eine Position gewesen sein, die er alles mögliche erlaubt hat, unter anderem halt dann danach überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich werde Archäologe und erfinde mich komplett nochmal neu, also das mit der Archäologie fühlt sich, wenn ich das so lese, so ein bisschen so an, wie heute Elon Musk und Jeff Bezos in Weltall fliegen wollen, damals war der Weltall irgendwie die Archäologie und ich finde das alte Griechenland, der hat dann auch an den falschen Stellen gegraben, da auch sicherlich zahlreiche Verbote einfach übergangen, hat da gegraben worden, ich hätte graben dürfen, aber das Leben von dem ist, finde ich, so reichhaltig und wenn man sich auch überlegt, wie die damalige Welt war, man flog ja nicht mal so eben von Russland nach USA, sondern es waren halt lange Schiffsreisen und dann dort in einer anderen Kultur wieder was aufzubauen, wieder sozusagen erst zu werden, nachdem man in Russland ja auch stand, was am Laufen hatte, dann in Griechenland das da zu machen, dann ist das teilweise so auf Reisen gegangen, hat seine Fundstücke gezeigt und dann durch Deutschland gefahren, natürlich auch mehrere Ehen gehabt, aber wenn man das, natürlich, also wenn man das so liest und sich Multitalent genau, genau, wenn man sich das so anguckt, natürlich inklusive des Vermächtnis und das sind natürlich die Grabungsschätze, dann ist das, finde ich, ja jemand, der auf der Liste drauf sein muss, der einfach von dem Intellekt, vom Output, von der Hinterlassenschaft, vom Hebel, wahrscheinlich auch, natürlich vom kaufmännischen Geschick da drauf sein muss, ich habe jetzt aber auch keine mehrseitige oder mehrere hundert Seiten Biografie gelesen und mich da jetzt immer mal wieder beschäftigt, immer wieder Wikipedia, immer wieder da was gelesen und dann gab es auch Ausstellungen und so, aber das finde ich absolut faszinierende Persönlichkeit und hat aber jetzt keine Ahnung daneben, man hätte mit dem Plädoyer von mir das wahrscheinlich gerade auch auf Platz 1 setzen können, fällt mir gerade auf, ich habe da jetzt ziemlich Gas gegeben, aber er ist eigentlich, jetzt erstmal bei mir hatte ich ihn so eingetragen auf Platz 10, dann können wir es kurz machen auf Platz 9, da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, ich wollte hier eigentlich ein bisschen auch meine ursprüngliche Heimat feiern, dass da so viele Firmen entstanden sind, das ist ja schon wieder angeklungen an verschiedenen Stellen, aus Essen kommen, hätte man jetzt Krupp nehmen können, das hast du mir gerade so ein bisschen ausgeredet, man hätte auch Deichmann nehmen können, auch Schuhgroßhandel, da gibt es eine geile Doku drüber, demnächst auch hoffentlich hier im Podcast, man hätte sicherlich Karstadt nehmen können, obwohl das Ende nicht so erfolgreich war, man hätte vor allem auch Aldi nehmen können, alles Essener Familien, das ist schon ein Wahnsinn, was da so rausgekommen ist, Deichmann am Ende, vom Umsatz her war ich ganz überrascht, ähnlich viel wie jemand, den man hätte auch nehmen können, nämlich den Thorsten Töller, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, war kürzlich im Podcast, beide Firmen ungefähr so zwischen 4 und 5 Milliarden Euro Umsatz, nur dass der Thorsten den Umsatz sozusagen selber gebaut hat in 33 Jahren und die Deichmanns halt über viel längere Zeit, also auch den hätte man nehmen können, ich konnte mich da, will ich jetzt ehrlich sein, nicht entscheiden und während ihr eine wirklich beeindruckende Recherche gemacht habt, habe ich noch nebenher versucht, ein Event zu bauen, deswegen bitte verzeiht mir, dass ich mich jetzt hier nicht festlegen will. Auf Platz 8 jedenfalls, dann habe ich die Strüngmanns, haben wir gerade schon drüber gesprochen, auch da unterstelle ich euch einfach einen großen Fehler und da habe ich natürlich die Wahrheit für mich gepachtet und da müssen die drauf. Auf Platz 7 dann und da erwischt ihr mich jetzt vielleicht auf dem falschen Fuß, ich kann das nicht so ganz genau sagen, aber da ist für mich Rheinland-Mohn, das ist natürlich meine eigene Geschichte, ich habe bei Bertelsmann angefangen als Assistent vom Vorstand damals oder vom damaligen Chef von Gunnar und Jahr, der war da Vorstand bei Bertelsmann, habe Bertelsmann von innen erlebt, diese Kultur und natürlich der Rheinland-Mohn war ja auch, hast du gesagt, in Kriegsgefangenschaft entsprechend war, der war auch im Krieg gekämpft für Deutschland auf der falschen Seite, ich kenne da die Details nicht, muss ich sagen, aber was man halt am Ende als Hinterlassenschaft sieht, ist eine Firma, die auch im DAX wäre, Bertelsmann und vor allen Dingen auch Führungsprinzipien, die ziemlich beeindruckend sind, also der hat dieses Unternehmertum im Unternehmen erschaffen, also dass da wirklich ganz viele Menschen dezentral arbeiten, dass auch die Firma nach ihm Mark Wössner und andere sehr, sehr groß weitergewachsen ist. Klaus Hummels, glaube ich, auch war mal bei Bertelsmann. Genau, wenn man guckt, wer alles bei Bertelsmann war. Philipp Schindler von Google. Philipp Schindler von Google. Also viele, viele der Topstars der deutschen Wirtschaft waren aber bei Bertelsmann. Klar, es gibt die Thomas-Mittelhoff-Episode, der auch natürlich Bertelsmann weitergebracht hat. Am Ende, da war er ja gerade Monach am Leben, hatte er Bertelsmann so positioniert, dass ja auch Thomas Midler versucht hat, einen deutschen Player zu schaffen, der mit Google und Amazon vielleicht hätte mithalten können. Die wollten damals offensichtlich Amazon-Anteile kaufen. Die wollten damals irgendwie bei Tencent mit dabei sein, hat der Thomas Midler schon ein paar Mal erzählt. Also das war alles da. Er war dann nicht mehr in der Lage, das selber zu steuern. Aber wie gesagt, dieses Prinzip des, wie heißt das, Intrapreneurships und ja vor allen Dingen hat er auch ja wirklich viele Firmen in allem gebaut. Der hat irgendwie mittlerweile den größten Buchverlag in den USA, Random House, der hat Avato, der hat diesen Buchclub, auf dem er das ganze Bertelsmann-Unternehmen Fust gebaut. Musik, Fernsehen. Sony BMG. Genau, Sony BMG, also mein Music Group dann nachher verschmolzen. Haben mal die New York Times besessen 1994. Haben da natürlich auch Grund- und Jahr-Anteile, darüber dann Anteile am Spiegel an verschiedensten anderen Publikationen. Da kann man wiederum sagen, sind auch Monopole, was ist die unternehmerische Leistung, haben da eine Lizenz bekommen. Man könnte jetzt noch einsteigen zu diskutieren, was ist eigentlich mit Axel Springer. Also aber aus Mediensicht, da komme ich ja nun auch her, ihr merkt auch da wieder meine Leidenschaft, muss da Rheinland-Mohn auf der Liste sein. Total beeindruckend, was er gebaut hat und auch das ist zu ganz großen Teilen neuen Familienhandel, nicht ganz, aber zu großen Teilen geile Deals gemacht. Am Ende, ja, hätte ich zu mich vor 30 Jahren gefragt, wer kann aus Deutschland mit Google und Co mithalten, dann hätte ich gesagt, Bertelsmann vielleicht. Hatten ja auch die ganzen Experimente mit Napster und so. Es ist da nicht so gekommen. Ich bin mal gespannt, jetzt kommt da demnächst die dritte Generation, also es gab ja die von Wirt und dann kommen jetzt glaube ich seine Enkelkinder demnächst. Mal schauen, wie das wird. Ich habe richtig gehofft, dass sie auch im Podcast kommen, da bin ich gerade im Gespräch. Also, das am Rande, dann auf Platz 6, Elsie Kröner, haben wir schon drüber gesprochen, ebenso beeindruckend. Auf Platz 5 habe ich nochmal eine ganz andere Person und zwar Bertha Benz und jetzt wirklich Benz mit NZ, also nicht mit TZ. Das ist die Frau von Karl Benz und am Ende kann man sagen, ist die die Enablerin des Automobilstandorts Deutschland. Das ist total witzig, wir reden jetzt hier fast eine Stunde oder schon etwas über eine Stunde und das Automobil, was in der öffentlichen Debatte und in der Wirtschaftskraft von Deutschland so viel ausmacht, taucht bei uns in keiner Form auf und wenn, dann mit einer weiblichen Unternehmerin und nicht mit Ferdinand Porsche oder Karl Benz oder Gottfried Daimler, also schon lustig. Man kann ja die Frage stellen, welche von den drei großen Automobilfirmen haben wir denn jetzt vergessen oder wie kommt's? Ferdinand Porsche streng genommen ist Österreicher, so, dann muss man sagen, Quandt wurde schon indirekt erwähnt, zumindest mal als BMW-Urquell und jetzt bei der ganzen Daimler-Benz-Saga habe ich mich jetzt bewusst, auch um eine Frau zu nennen, um eine Geschichte erzählen zu können, die vielleicht einige nicht so im Blick haben, für die Frau halt von Karl Benz entschieden, weil die, als es der Firma de facto nicht gut ging, als man dachte, das wird alles nichts, gesagt hat, okay, ich kümmere mich, hat dann selber so Ausfahrten gemacht und diese ganze, den Beweis angetreten, dass diese Autos, die sie da erfunden haben, mit dem Motor wirklich fahren können und so Probefahrten gemacht hat, dann gibt's irgendwie eine Geschichte, dass es die erste Apotheke der Welt, eine Apotheke, die erste Tankstelle der Welt sei, weil die da dann getankt haben auf diesen Fahrten. 100 Kilometer, und dann hatte ich auch in der Vorbereitung, fand ich auch total witzig, dass sie ja unterwegs mehrere Pannen hatte, wo sie dann irgendwie mit der Hutnadel irgendwie den Benzinschlauch gereinigt hat und irgendwie mit dem Strumpfband dann die Zündung repariert hat und so, also wirklich ja, ein Multitalent und tatsächlich auch Wagniskapitalgeberin, muss man sagen, quasi früher wie sie, weil sie ja ihren Mann finanziert hat, während er das technische Genie war. Mit ihrer Mitgift, ne? Genau. Ihr habt alle meine Vorbereitungen gelesen, ich freue mich. Ja, korrekt, also wie so oft, wie so oft, wer diesen Podcast hier häufig mit mir hört, im Hintergrund ist immer, der ist das Gehirn, ist Florian Rink und ich stelle dann die Fragen, die er auf mir ja reingeschrieben hat. Also hier ist jetzt ähnlich, nicht ganz so, aber, nee, also, muss man nämlich nennen, habt ihr auch fälschlicherweise auf eurer Liste nicht drauf, insofern muss ich natürlich jetzt hier einmal nachtragen, die Bertha Benz, auch eine geile Geschichte, also am Ende reicht es ja, sich mal einfach den Wikipedia-Eintrag durchzulesen und man ist total inspiriert, also so, auch wenn es nur das ist, was der Podcast erreichen kann, dass man sich nochmal Heinrich Schliemann oder Rheinland Mohn oder Bertha Benz anguckt und wir suchen ja immer nach, auch Frauen, die nächste Konferenz von Lea und Verena, würde man dann irgendwie nicht Else Kröner Summit nennen, sondern dann, weiß ich nicht, Bertha Benz, Business BBB Conference, I don't know, also, spannend, dass es sowas gibt und auch in der damaligen Zeit natürlich für eine Frau alles anders einfach. Dann haben wir auf Platz 4 Dieter Schwarz, Lidl, jetzt schon drüber gesprochen, auf Platz 3 habe ich auch Hopp und Plattner und auf Platz 2 habt ihr mich ja so ein bisschen reingezwungen in die Situation, dass wir da jetzt Local Heroes aus unseren Orten, aus denen wir kommen, präsentieren, ich wiederhole nochmal ganz kurz, beim Pip war es dann der Kyle Zeiss, bei dir war es der Franz Haniel, ich habe ja mein Essener Lokal Kolorit schon auf Platz 9 gerade unten verbraten, aber ich bin jetzt ja nun auch seit irgendwie über 20 Jahren in Hamburg und hier ist noch kein Hamburger auf der Liste und das kann nicht sein, zumal ich ja kürzlich auch den Podcast gemacht habe bei Hapag Lloyd oder bei Hapag und Klaus-Peter Kühne Stimmt, aber es fehlt uns auch überall, weil der kommt jetzt nicht. Den würde ich wie tun, weil der lebt ja in der Schweiz. Der lebt in der Schweiz, ja. Und er hat auch eine braune Vergangenheit, glaube ich, die Familie zumindest. Aber natürlich auch Multigenie, mit Kühne und Nagel, der Spedition, mit Hapag, mit auch krassen Luftwandererinvestments und sowas. Heiß voll, Investment natürlich auch gigantisch. Egal, also Kühne haben wir nicht auf der Liste. Wäre schon cool, den in meinem Podcast zu haben. Ich finde, der ist schon sicherlich da oben dabei. Also, einer der wenigen, die auch noch im Leben sind. Viele, die wir diskutieren, sind ja offensichtlich tot und ja, die Liste der Lebenden ist nicht so lang. Er wäre auf jeden Fall einer und der Herr Schwarz, wie sich gerade bei meiner Liste ist, der andere noch Lebende ist auch einfach nicht in die Öffentlichkeit zu bekommen. Da ruhen meine Hoffnungen sehr stark auf den Strüngmanns jetzt. Na gut, aber, also wen habe ich jetzt auf Platz zwei? Ich habe Albert Ballin und hier in Hamburg kennt man den Ballindamm, Straßen nach ihm benannt. Die Ballinstadt, so eine Gegend in Hamburg auf dem südlich der Elbe, wo so für Auswanderer so große, ja, Baracken oder Heime gebaut wurden. Jemand, der sich auf jeden Fall sehr stark sozial engagiert hat, weil er auch aus kleinsten Verhältnissen kam, hat dann so ein bisschen den Malus, wohl damals auch in der Hamburger Gesellschaft gehabt, dass er nie selber Großunternehmer war. Er hat auch verschiedene Sachen gegründet, auch eine eigene Rederei gegründet. Sie wurde dann später von Hapag übernommen und er ist dann bei Hapag aufgestiegen, dort zum Chef, aber das war halt nicht seine Firma, sondern das war, gehörte verschiedensten Familien oder verschiedenen Rädern und Unternehmern aus der Dabelingenzeit. Heute ist es ja börsennotiert und gehört in Teilen auch Herrn Kühne. Aber damals hat der aus dieser Hapag Hamburg-Amerika Paket Paket Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktiengesellschaft. Genau, also da hat er sozusagen die größte Rederei der Welt damals gemacht, hat das ganze Business nach vorne gebracht, hat die Kreuzfahrt erfunden, in der Tat, auch da Schiffe durchs Mittelmeer fahren lassen und dann sind da Leute mitgefahren, hat auch da sich immer so geile Sachen einfallen lassen, so Zwischendecks gemacht, dass da Leute, diese richtigen Auswanderer, das war ja das Business, da war ja im Business Menschen in die USA sozusagen Armutsflüchtlinge muss man hart sagen, Leute, Flüchtlingshilfe sozusagen, der erste Schleuser, auf Platz 2 bei dir. Aber es war, ich glaube das Business seines Vaters war halt auch genau so, dass er halt sozusagen Menschen vermittelt hat, in der Tat wahrscheinlich ist das irgendwie nah an dem, was man heute kritisiert, das wurde damals natürlich zu Recht anders gesehen, weil die Menschen ja dann teilweise in den USA viel besser leben konnten. Das hat er gemacht und hat das auf eine sehr soziale Art gemacht, hat sich außerdem, nachdem er ist Riesenpatriot, finde ich auch sympathisch, für Hamburg, für Deutschland, war Jude und hat sich sehr stark gegen den ersten Weltkrieg engagiert und dass der abgebrochen wird, dass der nicht stattfindet. Also wenn man so das Gesamt... Das fand ich auch tatsächlich in der Vorbereitung nochmal spannend zu sehen, wie so einzelne Unternehmer, die ja wirklich dann auch am Ende durch das Geschäft, was sie betreiben, überall auf der Welt internationale Kontakte haben und dann auch wirklich dann da ja auch eine sehr enge Beziehung zum Kaiser, zum deutschen Kaiser dann damals und wie er dann wirklich versucht hat irgendwie Friedensverhandlungen anzustoßen und so im Hintergrund. Also das ist vielleicht auch so eine Rolle, die manchmal gar nicht so in der Öffentlichkeit bewusst ist, was Unternehmer am Ende auch für ja Einfluss manchmal haben, den man gar nicht so wahrnimmt. Also auch wenn er gescheitert ist am Ende mit seinen Bestrebungen, aber das fand ich schon interessant. Also muss man hier jetzt als Hamburger Patriot draufhaben, Albert Ballin mit Doppel N für alle, die südlich der Elbe zuhören. Wobei ich mich gefragt habe, also wie gesagt, ich fand wahnsinnig beeindruckende Geschichte, als ich das jetzt in der Vorbereitung mir alles angeguckt habe. Aber wie du schon gesagt hast, er ist am Ende halt in Anführungszeichen nur angestellter Manager. Diese Position des Generaldirektors ist natürlich am Ende hat er wahnsinnig viel bewegt. Auch der Aktienkurs ist ja irgendwie von oder der Unternehmen ist ja von 15 auf 180 Millionen Mark geklettert damals. Nur mit der Logik müsste man auch sagen, so jemand wie jetzt um wieder in deine Heimat zu springen, in deine eigentliche Heimat, Bertolt Beitz, auch ein wahnsinnig prägender Mensch für ein Unternehmen, aber eben auch nur... Weil Krupp meinst du jetzt? Weil der Krupp, der ist ja schon noch wieder ein, zwei Generationen vorher entstanden. Also die Krupp-Dynastie geht ja zurück irgendwie ins 19. Jahrhundert und Beitz kam ja erst sozusagen jetzt irgendwie dann nach dem Zweiten Weltkrieg so ungefähr oder in den 60er Jahren glaube ich. Also insofern... Das ist vielleicht mal eine Folge die besten Manager machen. Könnte man machen. Die besten Manager. Klaus Kirch hast du ja auch schon genannt bei Lidl, der das sozusagen bei Lidl mit aufgebaut hat. Also da gibt es auch bei Bertolt zum Beispiel die Frage, welche Manager hat es da gegeben abseits von Mohn, weil der ja bewusst so dezentral geführt hat und gar nicht so dieses Prinzip, ich entscheide jetzt hier alles. Autokratie hat er da nicht gelebt. Was ja auch revolutionär war so ein bisschen. Also auch die Leute zu beteiligen und so Mitarbeiteraktien auszugeben und so was. Also gut, aber am Ende bleibt uns jetzt die Frage, wer ist auf Platz 1? Wir haben alle drei dieselbe Person. Genau wie ChatGPT, ne, übrigens. Genau wie ChatGPT, damit wir aufmerksam dazu wissen es jetzt schon. Wir haben es ja gerade vorgelesen, wenn die auf 1 haben. Willst du mal anfangen, Pips, zu erklären, warum du den auf Platz 1 hast? Ja, Werner von Siemens ist tatsächlich auf 1, hat, ich glaube, eine riesige Marke gebaut auf jeden Fall. Viele Unternehmen, die da letztendlich, dadurch, dass Siemens immer wieder Unternehmen so heraus bin, sind viele börsennotierten Unternehmen daraus entstanden, hat ursprünglich Deutschland, man kann wahrscheinlich sagen, elektrifiziert und das Telefonnetz, Telegraphennetz gebaut. Es gibt wahrscheinlich noch, also wer noch ein Festnetztelefon hat, dann ist das in der Regel von Siemens gebaut, würde ich sagen, haben eine Medizintechnik-Sparte, haben Elektro-Turbinen gebaut, also eine Kraftwerk-Sparte, zusammen mit Robert Bosch vielleicht, der Elektrounternehmer Deutschlands und hat damit zur Industrialisierung einfach viel beigetragen. Auch in Berlin, auch so wie Berlin, in Berlin auch ein eigenes Stadtviertel, die Siemens-Stadt Richtung Spandau. Ja, ich finde, ein sehr emblematischer Unternehmer für Deutschland, hat so diesen technischen Aspekt, Erfinder-Aspekt. Ja, bei mir war tatsächlich auch mal eine einfach, dessen Erfindungen haben einfach wahnsinnig viel verändert, die elektrische Straßenbahn, dann natürlich die Telegraphenkabel, die er dann ja auch teilweise zwischen Indien und dem europäischen Kontinent gelegt hat. Also das hat einfach die Welt, jetzt im Sinne von, bei der Straßenbahn Transporte beschleunigt, Mobilität einfach beschleunigt, die Telegraphenleitungen haben Kommunikation einfach radikal innoviert und das, finde ich, ist natürlich eine wahnsinnige Lebensleistung. Ja, also kann ich jetzt nicht mehr so viel ergänzen, finde ich, wenn man auch anguckt, wie viele DAX-Konzerne aus Siemens hervorgegangen sind mit all den Spin-Offs, die es gegeben hat, welche Rolle auch Siemens-Chefs seit vielen Jahren haben. Wir hatten ja Joe Kayser im Podcast, ich hoffe demnächst mal Herrn Kleinfeld im Podcast zu haben. Also, ja, es ist schon ein Amt, fast so ein bisschen so wie Bundeskanzler in Deutschland, nicht ganz so, aber da hat man schon echt irgendwie Impact und das hat er halt aufgebaut. Insofern, ja, wäre das bei uns allen die Eins, bei ChatGPT auch, krass. Insgesamt muss man ja sagen, also, die meisten Namen, die ChatGPT irgendwie ausgespuckt hat, sind ja tatsächlich so in irgendeiner Form bei uns dann auf den Listen aufgetaucht. Also jetzt, die ChatGPT hatte irgendwie Karl Friedrich-Benz, du hattest dann Bertha-Benz, nur Adolf Dassler, lustigerweise, bei keinem von uns. Hat mir auch leid, dass da nicht drauf ist, aber ich glaube, es ist wegen der braunen Vergangenheit, dann wäre Reinhard Mohn vielleicht auch, weiß nicht, der hat die Stollen erfunden. Hat er nicht, hat er nicht. Hat er auch nicht? Hat er sich nur zugeschrieben. Achso. Gab es auch schon vor ihm. Achso, okay. Aber Adidas am Ende. Ja, er ist eine große Marke gebaut auf jeden Fall. Einen der größten Sportartikelhersteller. Im Rude-Konzern fast schon, ne? Also ich meine, ja, schon ein großer, also in der Top 30 würde ich ihn auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall. Ganz gute Frage. Top 10, hätte ich ihn jetzt nicht drin, aber, also natürlich krasses Lebenswerk trotzdem. Aber auch bitter, wie Adidas am Ende von Nike dann überholt wurde, ne? hat sich da ein bisschen die Butterbrot vom Brot nehmen lassen und es ist auch erstaunlich, finde ich, in diesem Segment, dass da immer noch so viel Platz ist jetzt irgendwie für diese ganzen Dulu-Lemons und Ons und Underarmers, also dass man das irgendwie nicht dicht bekommt. Ja, aber ich glaube, das zeigt am Ende, also das zeigt für mich halt, warum er bei mir nicht auf der Liste ist, ne? Es ist halt quasi, er hat nichts erfunden oder keine Innovation hervorgebracht, die so unersetzlich ist, dass man sozusagen an diesem Unternehmen nicht vorbeikommt, ne? Also, das ist am Ende, ist es natürlich ein Produkt, jetzt okay, Stollenschuh und so hat dann vielleicht ein bisschen was in dem Bereich Turnschuh dann verbessert, in dem Moment, wo er die dann sozusagen einer breiteren Masse über das Wunder von Bern als Innovation verkauft hat. Aber am Ende, wenn die Marke nicht mehr modern ist, dann technologisch kann man halt auch dann irgendwie zum Konkurrenten wechseln, ne? Also, kein so großes Mode, würde man sagen. Ne, genau. Der eine hat dann irgendwie die R-Sohlen und wenn er dann da nicht irgendwie nachlegt mit dem nächsten Gimmick, irgendwie technologisches Gimmick vielleicht oder so, was die Schulen noch besser können, dann so eine Marke halt auch schnell wieder weg. Was lernen wir jetzt noch aus unseren Listen, aus unserer Recherche? Also, die Frauenquote ist, ich sag mal, fast schon besser, als ich befürchtet hatte. Bei uns allen mal mindestens zwei, bestenfalls vier oder fünf Frauen sogar auf der Liste. Bei dir sind es, glaube ich, Anne Burda, Elsie Kröner, Melitta Benz, dann noch die Özlem Türeti, also das ist schon eine super Quote, fast überraschend gut. Noch was anderes, was euch aufgefallen ist? Ja, also bei mir ist zum Beispiel, also ich hab jetzt, bis auf Elsie Kröner, muss man ja sagen, ist es leider keiner Frau gelungen, ein wirkliches Weltunternehmen allein aufzubauen. Also da haben wir deutlich mehr Männer. Das ist, glaube ich, so was, wenn man so perspektivisch, würde man sich so was natürlich wünschen, und dass es so diese Gründergeschichten halt einfach auch rein weiblich gibt. Und ansonsten, ja, hatte Pip ja am Anfang schon gesagt, es ist wahnsinnig viel alte Geschichte einfach dabei, wo wir echt weit zurückgucken müssen, um irgendwie dann da die großen Innovationen aus Deutschland zu sehen. Wenn man jetzt mal Biontech ausklammert, auch SAP ist jetzt ja schon irgendwie einige Jahrzehnte alt, das ist natürlich ein bisschen schade, dass man da so eine Top Ten ohne, ja. Ja, das ist eigentlich der Besten am Ende in den USA. Also wir haben ja gerade über Tobias Lütke und Andy Bechtolzheim gesprochen, dass die das jetzt woanders dann machen. Und wir haben ja schon bewusst viel Handel weggelassen. Also man könnte noch über die drei großen Drogeristen sicherlich sprechen. Also wir haben es jetzt, glaube ich, insofern ein bisschen verfälscht, dass wir das, denen nicht viel Platz beigemessen haben. Würde man jetzt rein zum Beispiel nach Vermögen geht, würden natürlich deutlich mehr Handels, vielleicht auch ein Otto Beisheim-Metro würde dabei sein. Auf Braun in der Vergangenheit. Sehr schwere Vergangenheit. In der Waffen-SS und Leibstandarte von Adolf Hitler sehr kompliziert. Genau. Aber man sieht, wie gut Handel am Ende dafür geeignet ist, reich zu werden. Also Jeff Bezos ist ein Beispiel der heutigen Welt, aber wir hatten ja von Karstadt, wir hatten dann von Rossmann, da gibt es auch einen Podcast, wo man das mal nachhören kann, der Thorsten Töller hat es ja selber gesagt, dass er überrascht ist, wie gut er für Handel geeignet ist und wie hat DM, kann man sich auch darüber unterstreiten, ob nicht DM der Gründer sogar fehlt. Götz Werner. Götz Werner, genau, also er hat ja auch schon auch revolutionäre Ideen. Man hätte tatsächlich überlegen können, ob man Heinz Nixdorf und Konrad Zuse noch aufnimmt, sozusagen als Kombi für die ersten Computer. Heinz Nixdorf hat ja lange mitgestunken so im Personalkomputermarkt. Aber dann hat er leider einen so technologischen Umbruch verpasst halt, leider, das ist so. Deswegen habe ich da, also ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, weil ich finde auch, also was man ja auch sieht, bei vielen dieser Leute, die wir auf der Liste haben, ist die Bedeutung einzelner Unternehmer und einzelner Unternehmen für Städte. Also Deutschland ist wahnsinnig dezentral, was diese Milliardenunternehmen dann angeht. Also das jetzt so ein Dieter Schwarz in Heilbronn oder Reinhard Mohn in Gütersloh. Also es gibt wahnsinnig viele Städte, die so ein Wahnsinnsunternehmen haben und da ist natürlich Heinz Nixdorf, wenn man da nach Paderborn fährt, auch wahnsinnig prägend gewesen. Bis heute ja auch. Ganz Stuttgart ist irgendwie Daimler. Und Bosch. Und Bosch. Und Porsche. Wir haben ja gerade im Essen gesprochen, und ich meine, das ist am Ende sind die natürlich oder Herzogen Aurach ist glaube ich, also da gibt es schon krasse Beispiele. Ja, aber ich glaube, man sieht halt einfach, also wirklich, wie breit dann am Ende doch unsere Wirtschaft aufgestellt ist. Und man sieht leider aber auch, finde ich, relativ wenig Computertechnologie oder sehr alte Computertechnologie, also Heinz Nixdorf, Zuse und auch Plattner und Hopp mit SAP. Es fehlen halt so diese großen Digitalunternehmen, der letzten Jahre. Erstaunlich eigentlich, dass so die ganzen Finanzbereiche nicht drin sind, also Versicherungen, Banking, wenn man jetzt nach den USA guckt, wer sind da die Rich Guys der heutigen Zeit oder so in den letzten Jahrzehnten, dann sind das Private Equity Leute, also Kernfinanzen, dann sind das irgendwelche Leute, die Finanzprodukte vertreiben, irgendwelche Mortage-Länder oder sonst was. Die spielen ja überhaupt gar keine Rolle. Ja, hatten wir tatsächlich ja auf unserer Longlist, den Karl von Thieme, der ja 1844 geboren und einer der Begründer der Munich Reh war, also des größten Rückversicherers der Welt und gleichzeitig, das war mir auch gar nicht bewusst, hat er auch noch die Allianz mit ins Leben gerufen. Also so zwei, zwei so Megakonzerne, beide natürlich jetzt auch inzwischen in München und beide gehen irgendwie auf ihn zurück. Also hätte man vielleicht den nochmal, also der wäre vielleicht dann Platz 11 bei dir. Hört sich so an. Also ja, ich habe mich dabei am Ende gegen entschieden, weil er halt eben, er hat sich zwar gegründet und dann auch irgendwie doch als Generaldirektor geführt lange Zeit, aber das war so ein Fall, wo ich gesagt habe, der Großteil des Unternehmens, also Wertzuwachses, ist halt eben nach ihm erst entstanden. Also das war damals schon ein großer Rückversicherer, aber wenn man sich so die heutige Bedeutung anguckt, das ist halt dann doch eher in den letzten Jahrzehnten von Angestelltenmanagern erbracht worden und deswegen habe ich ihn am Ende nicht draufgenommen. Tja, gibt es irgendwelche Menschen, von denen wir glauben, dass die in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten auf diese Liste drauf kommen könnten? Sind die, sind irgendwelche Deutschen unterwegs, wo man sagt, okay, das könnte wirklich glaubwürdig groß werden? Also ist dann Christian Hecker bald drauf mit Trade Republic in 10 oder 20 Jahren oder sind da die Gründer von? Also die Frage ist ja am Ende, ob wir irgendwann sagen, dass die BioNTech-Gründer noch weiter oben sind, weil sie zum Beispiel Medikamente entwickeln, die halt dann wirklich Krebs heilen können oder so. Also ich finde, das wäre nochmal so dann der nächste Schritt, wo man sagt so jetzt, okay, ne, also Impfstoff in der Pandemie ist das eine, aber wenn du wirklich so einfach die Welt veränderst dadurch, dass du wirklich solche Erkrankungen wie Krebs halt irgendwie Erbkrankheiten oder auch noch Erbkrankheiten vielleicht dann irgendwie am Ende per Spritze oder per was auch immer lösen kannst, das wäre natürlich so was. und ansonsten Celonis könnte das nächste SAP werden, auch drei STEM-Founder wieder, also auch alles drei Computer Scientist. Wollte ich gerade sagen, Scott Galloway Podcast kürzlich, der hat auch von Celonis geschwemmt, also der kannte die deutsche Firma schon und die sind ja auch schon 10 Milliarden wert, also die Frage ist auch noch, ja. Ja, ja, okay. Ab und nach, ja, ja. Könnte auch. Ja. Oder halt wirklich im Bereich so von Climate Tech, dass es da dann irgendwann, Marvel Fusion hatten wir kürzlich im Podcast, dass es da also solche wirklichen Innovationen halt gibt, die dann irgendwie dabei helfen können, irgendwie Klimakrise zu verhindern oder abzumildern oder was auch immer, also das könnte natürlich so ein Segment sein, wo so bahnbrechende Innovationen vielleicht möglich sind. Okay, es hat mir also Spaß gemacht, ja mal diese ganze, es sind ja jetzt 200 Jahre abzuschreiten und zu suchen, wer sind die wichtigsten, die spannendsten, die inspirierendsten deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer gewesen und wir haben natürlich da jetzt wahrscheinlich trotz aller Crowd-Support und Chat-GPT-Support und eigener Recherche was vergessen und irgendwie nicht alles richtig gemacht und da sehen Leute auf jeden Fall anders, ist ja auch vollkommen klar. Dennoch wollen wir zum Schluss noch aufrufen, eigentlich die Idee irgendwie teilen, dass Leute ja abstimmen können. Wie ist denn nun die endgültige Liste? Wir würden unsere drei Listen konsolidieren und dann, was machen wir dann, Flo? Ja genau, also wir haben uns ja am Ende bewusst dagegen entschieden, eine einheitliche Liste zu präsentieren, das heißt, wir würden jetzt einfach ja einmal in den Shownotes findet ihr dazu Informationen und dann auch bei LinkedIn nochmal euch die Möglichkeit geben, abzustimmen oder eure Top Ten zu erstellen. Also einfach OMR bei LinkedIn folgen und in meinem Account sharen ihr vielleicht auch, dass man nochmal sehen kann, okay, das sind jetzt die, wie viele sind es dann konsolidiert? Ich weiß es gar nicht, wie viele genau, wahrscheinlich so ungefähr 18, 19, 20 Personen werden es sein und kann man zur Not über Like abstimmen und sagen, wen findet man jetzt am allerbesten und teilen alle bei LinkedIn unsere Werner-von-Siemens-Einschätzung oder sind sie doch eher wie ich der Meinung ist, könnte doch Heinrich Schliemann sein. In dem Sinne, Männer, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles klar. Tschö. Tschö.